Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer Geheimnisvolle Geschichte und im Doppelpack gleichzeitig bei Stoner Frank und Frey. Und ihr seht es schon, Frank und ich haben für diese Sendung uns Verstärkung geholt. Wir haben den Oliver Gerschitz hier. Hallo Oliver, hallo Frank, hi. Heute drehen wir diese Sendung über ein ganz besonderes, spannendes Thema, nämlich über dieses Buch. Geheimsache Paul is dead. Das ist ein Buch, das Olli als Verleger herausgegeben hat. Er ist nicht der Autor, aber wie gesagt der Herausgeber. Und wir wollen über das interessante und spannende und auch irgendwo unterhaltsame Thema sprechen. Die Beatles und die durchs Internet geisternde alte Geschichte ist Paul McCartney in den 60er Jahren Ende der 60er verstorben und wurde durch einen Doppelgänger ersetzt. Eine Story, die auf den ersten Blick total abstrus klingt, aber auch irgendwie interessant. Und wir wollen das Thema heute einfach diskutieren. Und Frank ist ja wirklich Kenner der Musik der 60er Jahre und auch der 70er. Es ist also genau eigentlich seine Welt. Olli hat das Buch herausgegeben. Ich bin heute derjenige, der wahrscheinlich am wenigsten im Thema drin ist, aber vielleicht in der Moderatorenrolle oder in der Rolle desjenigen, der Fragen stellt, ja trotzdem so meinen Beitrag zu dieser Diskussion leisten werde. Und vielleicht können wir ja zum Einstieg mal einfach auch für die unter unseren Zuschauern, die jetzt vielleicht in dieser Musikhistorie nicht ganz so fit sind, Frank einmal mal so abhandeln. Wer waren denn überhaupt die Beatles? Wofür stehen die? Warum sind die in der Pop- und Rockgeschichte von Bedeutung? Was hat es damit auf sich? Ja, Grüße auch erstmal von mir an alle da draußen und an euch hier. Und Oliver, freut mich sehr, dass du gekommen bist. Herausgeber von dem Buch Paul is Dead. Ich habe ja das Buch von dir freundlicherweise auch zur Verfügung gestellt bekommen und habe es auch gelesen. Und ein großartig spannendes Thema heute. Ja, Charles, die Beatles muss wahrscheinlich nicht viel sagen, aber das denkt man sich oft. Aber jüngere Leute kennen vielleicht die Beatles gar nicht so gut, wie das unser einzig vorstellt. Aber die Beatles sind wohl die einflussreichsten, bedeutendsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Es ist die erste große Band, die aus England kam, zusammen dann mit den Stones. Aber die Beatles gelten in so vielen als die wichtigste Band der Popmusik, die Popmusik erst entwickelt haben eigentlich. Vorher Beatmusik, Rock'n'Roll war halt die Zielgruppe wirklich Teenager. Und mit den Beatles ist Musik dann groß geworden. Und auch kommerziell eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten bis zum heutigen Tag ist der Beatles-Katalog. Bedeutsames, finanzielles Asset, wie man so sagt, im Music-Business. Ja, hey, aus allen Perspektiven künstlerisch wertvoll, kommerziell die größte Band der Welt und die wichtigste Band der Popgeschichte. Und ja, Olli, was hat's da mit dem Buch auf sich? Also die Beatles, bedeutsame Band, ist klar, haben die die 60er extrem geprägt und natürlich die musikalisch geprägt und die Jahrzehnte danach. Aber wie kommt so ein Buch zustande? Wie kommt überhaupt so ein, ich nenne es mal vorsichtig, Gerücht in die Welt, dass der Paul McCartney, also eine der Galleonsfiguren der Beatles, verstorben ist und durch einen Doppelgänger ersetzt wurde? Ja, also auch nochmal ein herzliches Hallo von mir jetzt an euch beide. Ich soll auch vom Autor, der ja auch hier unter Pseudonym geschrieben hat, einen sehr schönen Gruß ausrichten. Er ist ein großer Fan von euch beiden und von euren Sendungen. Und ja, der Autor hat mir vor, das ist ungefähr ein Jahr jetzt her, sein Manuskript geschickt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke war, was ist denn jetzt das wieder für ein Zeug? Weil ich habe zwar schon sehr viel zu tun gehabt mit dem Thema Geheimgesellschaften und Geheimbünde und Verschwörungen und so weiter. Aber so eine Geschichte mit den Beatles und mit Paul McCartney, sowas habe ich noch nie vorher gehört gehabt, ehrlich gesagt. Und ich habe mir dann gedacht, naja gut, ich drücke es mir mal aus. Und dann habe ich es mit nach Hause genommen und habe dann ein bisschen reingeschaut. Und ich konnte dann eigentlich nicht mehr von dem Buch lasten beziehungsweise von dem Manuskript lasten. Und es war eigentlich, je weiter ich gelesen habe, umso heftiger wurde das Ganze und umso beeindruckender auch in gewisser Weise. Und deswegen habe ich dann am Schluss gesagt, ich mache dieses Buch, auch wenn es sehr viel Arbeit sein wird, weil wir werden sehr viel nachprüfen müssen. Wir werden sehr viel Arbeit leisten müssen, weil es geht unter anderem da auch um einen bestimmten YouTube-Kanal. Da können wir später noch drüber sprechen. Und ja, so ging das Ganze los. Und das Buch ist dann jetzt dieses Jahr erschienen. Und vielleicht können wir ja mal auf diese Hauptgeschichte des Buches eingehen. Also der Paul McCartney soll verstorben sein. Und jetzt wäre so meine Frage, laut dieses Narrativs, wann ist er verstorben? Warum? Wie? Was folgte daraus? Wie ist das einzuordnen? Also die Grundstory ist, dass Paul McCartney der absoluter Superstar war. McCartney und Len waren so die beiden Top-Beatles sozusagen, die auch alle Songwriting-Credits haben und so weiter. Was auch durchaus wichtig ist. Ja, Paul McCartney soll 1966 im November beim Autounfall gestorben sein. Und dann soll man ihn ersetzt haben mit einem Double, den man gesucht hat. Und wir können da noch im Detail darauf eingehen, auf diese Geschichte, wer das dann sein könnte. Aber man soll ihn dann eben ersetzt haben. Und seitdem ist sozusagen der echte Paul McCartney ein Fake Paul geworden. Das ist so die Grundidee von dieser Story. Und ich meine, klar, beim ersten Hören klingt das erstmal wie, ah, das ist halt hier in dieser Internetwelt wieder irgendeine verrückte Geschichte. Es gibt so viel Bullshit. Aber was allein schon die Geschichte spannend macht, ist, dass das eine Story ist, die seit den 60er Jahren erzählt wird. Das ist seit den 60er Jahren eine Urban Legend. Und das war auch schon in den 60er Jahren und Anfang der 70er durchaus ziemlich bekannt. Also viele Beatles-Fans wussten über diese Dinge. Paul McCartney wurde ja auch damals damit konfrontiert und so weiter. Und allein deswegen ist es schon eine absolut erzählenswerte Story, weil die eben schon so lange am Start ist. Vor allem, was ich auch interessant finde, normalerweise gibt es ja solche Geschichten über so große Musiker, dass die noch am Leben sind. Also so Elvis lebt noch, Tupac Shakur lebt noch, hat seinen Tod inszeniert. Und hier ist es umgekehrt. Hier soll eigentlich einer Tod sein, der offiziell noch am Leben ist. Auf den ersten Blick hört sich das aber sehr abstrus an. Muss man, weil es mutet einem ja schon einiges zu, wenn man das jetzt für bare Münze nehmen würde, die Geschichte, weil man dann, naja, also es müsste einen Doppelgänger geben, der sieht genauso aus wie er. Der müsste die Stimme haben. Wie gibt es Freunde und Bekannte? Wie konnte man das Geheim halten, vertuschen? Also es gibt ja schon viele Gedanken, die einem erst mal kommen, die intuitiv dagegen sprechen. Ich sage mal so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Aber der Punkt ist, und da handelt ja auch das Buch von, es gibt wiederum auch ganz viele Hinweise und Dinge, die dafür sprechen könnten und die diese ganze Band ja auch in ihrer Gesamtgeschichte so ein bisschen in so einem anderen Licht erscheinen lassen. Und ein Punkt, bevor wir vielleicht ganz ins Detail gehen, ist schon mal so im Großen und Ganzen, hat es sich bei den Beatles und auch bei anderen Bands dieser Zeit eigentlich wirklich um eine Band, in dem Sinne gehandelt, da haben sich vier Kumpels zusammengetan, die gerne Musik machen? Oder ist das irgendwie so eine gesteuerte Geschichte? So wie die, ja, so Stoner, du hast ja diese Geschichte Laurel Canyon schon in einer Sendung aufgearbeitet, so ist das da irgendwie einzuordnen. Aber vielleicht, Oliver, kannst du das ein bisschen erklären? Es ist so, die normale Meinung, die althergebrachte Meinung war wirklich die, das sind vier Freunde, die mehr oder weniger in Liverpool gestartet sind, dieses Projekt zu beginnen. War scheinbar nicht ganz so. Laut unserem Autor war es eben so, dass das Tavistock-Institut schon die Hände im Spiel hatte. Tavistock-Institut ist ein Think Tank, der praktisch versucht auch, oder hat versucht, die Jugendkultur zu beeinflussen. Und es gibt auch Gerüchte, dass auch die Rolling Stones von Tavistock gesteuert wurden. So unter dem Motto, die Rolling Stones die Bad Boys, die Beatles dann die Good Boys und so weiter. Es ist so, dass auch sehr viele Hinweise darauf gibt, dass zumindest in der ersten Zeit die Songs nicht von den Beatles selbst geschrieben wurden, sondern Theodor Adorno ist da auch genannt. Und es gibt auch Musiker, die bestätigt haben, dass sie auf den Beatles-Platten gespielt haben. Also es gibt einen Schlagzeuger, der bestätigt hat, dass er bei 21 Songs da Schlagzeug gespielt hat. Also es ist nicht unbedingt so, dass Milli Vanilli die ersten waren, die also nicht unbedingt selbst gespielt haben. Ja, aber wie gesagt, möglicherweise ist das auch, oder könnte das auch ein Grund sein, wenn Paul wirklich gestorben ist, 66, wenn, sage ich, dass man gesagt hat, man kann jetzt nicht mittendrin aufhören, man muss jetzt die Operation, auf gut Deutsch gesagt, weiterführen. Und natürlich spielt bestimmt Geld auch hier eine große Rolle, weil die waren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und es war wirklich ein Goldesel. Die Beatles waren ein Goldesel. Und es waren sehr viele Leute daran beteiligt, die seltsamerweise zum Teil auch danach seltsam gestorben sind. Aber da kommen wir später noch dazu, zu diesem Thema. Bei der Geschichte mit dem Tavistock-Institut, das halte ich schon für ein bisschen kontroverseres Thema. Und ich würde auch sagen, bei der ganzen Paul-is-dad-Story, da gibt es halt, wie gesagt, es gibt dort unterschiedliche Varianten auch. Aber da würde ich auch sagen, das hat nicht so viel Kraft, also für mich. Weil ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass Leute von diesem Tavistock-Think-Tank, dass die in ihrem Kulturkampf waren. Und vielleicht haben die auch so aus ihrer Sicht so gesehen, ähnlich wie auch vielleicht Vertreter der Frankfurter Schule, du hast ja Adorno genannt, vielleicht haben die schon so gesehen, generell sowas wie Rockmusik oder, Rockmusik gab es damals noch nicht, Beatmusik. Man könnte das auch einsetzen im Teil des Kulturkampfs, irgendwie zur Zersetzung der Jugend. Und das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Tatsächlich hat ja auch die DDR, hat diese Beatmusik in den 60ern und auch noch in den 70ern auch immer unterdrückt. Später auch in den 80ern Punkmusik hat das immer unterdrückt, weil das halt auch nicht in ihren Ehrenkodex zu einer aufrechten sozialistischen Jugend gepasst hat. Aber das zeigt schon, dass glaube ich eher so diese Leute wie Tavistock-Institut oder auch eben Adorno eher auf diese Subkultur, Jugendkultur herabgeschaut haben. Ich meine, ein Adorno, ich glaube, der hat da eher so die Nase gerümpft, wenn es um die Beatles geht. Und zum Weiteren ist es halt so, dass die Story, wie die Beatles groß geworden sind, die unterscheidet sich schon sehr von vielen von diesen Laurel Canyon Bands, die tatsächlich ja dann nach den Beatles als Reaktion auf die Beatles vom amerikanischen Music-Business halt angeschoben wurden. Bei den Beatles ist es halt schon so. Ja, es waren nicht diese vier Jungs, die ausgezogen sind. Ringo Starr kam ja später zu den Beatles. Ursprünglich war Stuart Sutcliffe am Schlagzeug. Pete Best war noch am Start, genau. Also gerade die Drummer-Position, weil du auch erwähnt hast, dass bei den frühen Aufnahmen auch ein Sessionmusiker am Start war, gerade bei den Drums, das halte ich auch für überhaupt nicht ausgeschlossen. Das war in den 60ern durchaus gang und gäbe es oder hat man sich gar nicht dabei gedacht. Bei ganz vielen amerikanischen Produktionen ist das auch so. Aber hier, die waren halt, die sind zu viert gewesen und die haben halt wirklich einfach da diese lange Zeit in Hamburg verbracht und dort halt wirklich an der Front von Rock'n'Roll gespielt. Nachweislich, weißt du, jede Nacht halt sechs, sieben, acht Stunden Sets vor einer Beer Crowd, die aus internationalen Seeleuten besteht. Und das ist auch durchaus ein spannender Teil, aus so einer progressiven Studentenszene schon Anfang der 60er. Das ist noch vor 67, 68. Das sind eher Leute, die so nahe dem französischen Existenzialismus, Nihilismus auch standen. Astrid Kircher beispielsweise, die immer nur schwarz anhatte, war ja eine Freundin sogar direkt, die Geliebte von dem Schlagzeuger, von dem Stuart Sutcliffe. Und die Geschichten sind einfach, also für mich glaubhaft, warum die als Band auch so groß wurden. Weil die einfach brutal zusammen gespielt haben. Spielen, spielen, spielen. Jede Nacht. Wenn du das machst, dann bist du an der Front. Und spannend finde ich in diesem Thema Kulturkampf und so viel mehr eben diese Hamburg-Connection. Wenn man so guckt, wer war Astrid Kircher, die ich schon erwähnt hatte. Dann gab es noch Klaus Vormann, der auch teilweise dann sogar mit Paul McCartney später gespielt hat, auf dem Konzert vor Bangladesch. Und dann gab es noch Jürgen Vollmer. Und diese studentische Szene, weißt du, also da glaube ich schon, dass die einen gewissen Impact hatten auf diese blutjungen Liverpooler Arbeiterkinder, die denen halt so schon so eine Richtung gegeben haben, was halt Kulturkampf gegen westliche, europäische Werte oder sowas ging. Also das mit Sicherheit. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel gesagt. Ich glaube, dass da ein Knackpunkt war, als die Beatles damals in Liverpool mehr oder weniger ihren Manager dann kennenlernten. Ich glaube, der Epstein war ganz, ganz wichtig. Und ich halte den schon oder halte da schon was davon, dass der Epstein mehr oder weniger derjenige war, der dann die Beatles an diese Leute, meinetwegen Tavistock oder auch andere Leute herangeführt hat. Über Epstein können wir später nochmal ganz kurz sprechen. Für mich stößt ja der Name einfach schon mal spontan übel auf. Der hat ja noch einen bekannten Namensvettern. Katja Epstein, meinst du? Naja, ich denke jetzt an den anderen Epstein-Skandal. Und deshalb meine Frage, sind die irgendwie verwandt, weiß man was darüber? Der Brian Epstein war praktisch ein Sohn eines Besitzers eines großen Kaufhauses in Liverpool und war damals irgendwie für die Plattenabteilung zuständig und hat dort die Beatles irgendwie oder hat da irgendwie Kontakt aufgenommen zu den Beatles und hat sie dann als Manager groß gemacht. Wurde auch sehr reich dabei. Interessant ist eben, dass er, sollte wirklich Paul ausgewechselt worden sein 1966, dass er eben 1967 schon gestorben ist. Relativ jung, glaube ich, 32. Weil du auch Liverpool erwähnst und den Epstein. Ey, das ist auch so ein Ding, diese Merseyside-Szene. Merseyside ist das hier so, hier Liverpool, das waren nicht nur die Beatles. Da gab es eine ganze Reihe von Bands. Das war auch so ein, tatsächlich schon eben 1960 rum, so ein Zentrum, wo es eben viele gute Bands gab. Also das war dort modern. Das war der Sound von denen. Es war nicht nur die Beatles, sondern ein paar andere Bands auch. Was eben auch für mich schon dafür spricht, das sind eben nicht, weißt du, von oben herab irgendeine gecastete Bands, sondern ey, das ist aus dieser Merseyside-Szene rausgewachsen. Und der Epstein kommt auch von dort. Und wie du es gesagt hast, Oliver, der ist als Kaufmann sozusagen, sieht er diesen Blick auf die Bands und zieht sich halt die Besten raus und sagt, hey, mit euch reiten wir high. Aber es war dann auch erst mal noch zwei Jahre lang hier an der Front arbeiten, so wirklich arbeiten. Das ist für Musiker, wenn du dort in Hamburg auf dem Kiez jede Nacht spielst, wo es jede Nacht Schläger reingeht und dann halt echt richtig krass abgeht. Und du halt das spielen musst, was die Leute hören wollen. Alle Arten von Rock'n'Roll halt irgendwie Stimmung machen. Und wenn du das dort ziehst, da bist du danach dann musikalisch auf jeden Fall glaubwürdig. Was mich jetzt interessieren würde, wie ist denn in diesem Paul-is-Dead-Narrativ? Wie geht es da weiter? Also du hast schon gesagt, 1966 soll er gestorben sein. Wie, warum, weshalb? Vielleicht wäre es gut zu beschreiben, wie eigentlich die ersten Informationen in diese Richtung überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt sind. Und zwar war das 1969, kurz bevor die Beatles auseinandergebrochen sind, kurz bevor die Band aufgelöst wurde oder sich aufgelöst hat. Gab es einen Anruf bei einer Radiostation in Detroit in den USA und der Anrufe sagte, Leute, nehm mal die Beatles-Platte, Revolution Number Nine, glaube ich, war es damals und spielte mal rückwärts. Spielte rückwärts. Und zuerst wollte sich der DJ da gar nicht drauf einlassen, aber er hat es dann doch gemacht und hat dann gehört, statt Number Nine, Number Nine, Number Number Nine kam dann plötzlich Turn Me On, Dead Man. Und die Leute waren ziemlich überrascht und es wurden dann noch sehr viele andere solcher Dinge gefunden, die nicht zufällig zu sein scheinen, sage ich mal. Es gibt doch auch eine Platte, wo nicht Turn Me On, Dead Man beim Rückwärtsspielen zu hören ist, sondern Paul is really, really dead, ne? Gibt es auch, ja. Und die Dinge sind definitiv valide. Also das habe ich selbst schon so gehört. Das kannst du definitiv raushören. Das ist also jetzt nicht irgendwie so eine Fake oder sowas, sondern das ist so. Und das haben die damals in Detroit live im Radio gemacht und oh shit. Das ist aber ein Thema für sich auch, diese ganzen Rückwärtsnachrichten. Ich meine, weil das gibt es nicht nur in der Popmusik, sondern da scheint es sich sehr generell um ein Phänomen zu handeln, was dann eher so in den Bereich der Psyche geht. Es gibt auch die Textstelle, also rückwärts dann Paul is dead, miss him, miss him, miss him. Oder auch, wenn man die, heute würde man sagen, die Videoclips der Beatles anschaut, findet man da Sachen, die etwas seltsam sind. Wenn man zum Beispiel jetzt das Strawberry Fields Forever nimmt, das ist Video. Das ist ja der erste Videoclip, sage ich mal, nachdem, wenn es wirklich so war, der neue Paul in die Band kam, wo man dann immer, wo es dann immer heißt, nothing is real. Und jedes Mal, wenn es heißt, nothing is real, wird Paul eingeblendet, also der neue Paul. Und Strawberry Fields Forever ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Strawberry Fields ist ja eine Örtlichkeit in Liverpool. Und unser Auto hat eben dann gefunden, dass es dann auch einen kleinen Friedhof gibt in Liverpool, der so heißt. Strawberry Fields Forever, nothing is real. Also eine Andeutung. Das mit den Clues, das ist halt wirklich die Stärke, auch die Stärke von dem Buch, was du rausgegeben hast. Weil wenn ich jetzt so ein bisschen kritisch war oder halt eine andere Ansicht habe bei dieser ganzen Tavis-Daw-Connection und die Beatles als ein konstruiertes Werkzeug im Kulturkampf, das heißt ja nicht, dass die Story, dass da was nicht dran ist. Also für mich gibt es auch andere oder durchaus verständliche Motive, gerade wenn ich mich so in diesen Zeitgeist der 60er reinversetze. Wir sehen ja auch an anderen Feldern, dass in den 60ern das viel selbstverständlicher war, irgendwie der Öffentlichkeit eher eine Show zu geben. Es gab kein Internet. In den 60er Jahren hat man viel mehr Täuschungen gehabt. Ich erinnere da nur mal an die Mondlandung. Das ist auch 60er Jahre. Dieser Geist einfach zu täuschen, ohne dass man da jetzt gar nicht direkt ein schlechtes Gefühl hat. Heute würden wir sofort sagen, hey, du fakest hier. Ich glaube, in den 60ern, da hat man sich gar nicht so einen großen Kopf drum gemacht. Und bei der Musik noch viel weniger. Es ist Showbusiness. Und für mich ist es durchaus vorstellbar, dass da einfach die Beatles 1966, hey, plötzlich stirbt ja einer der Superstars und oh, was nun? Und dass man sich in so eine Lüge verrennt, dass man sagt, na, hey, jetzt lass es halt, wir halten es erst mal geheim, weil sonst gibt es ja so einen Hype und die ganzen Fans rasten aus und so weiter. Nee, komm, lass uns erst mal, wir halten es mal geheim und verkaufen und so weiter und so Sachen. Und dann plötzlich entsteht man halt, kommt man halt in so ein Lügengebäude. Irgendwann verliert man vielleicht so den Zeitpunkt, wo du abspringen kannst und nochmal mit der Wahrheit rausrücken kannst. Vielleicht eine Woche oder zwei Wochen später kannst du es immer noch sagen. Aber drei Monate später vielleicht schon nicht mehr, ohne sich selbst dann zu beschämen. Und so kann ich mir das durchaus vorstellen und sehe da auch gute Motive, sodass die dann halt einfach gesagt haben, okay, the show must go on, weißt du dann, next man up, hey, das ist nur eine Showband, also aus derer Sicht. Und deswegen kann diese Story schon durchaus sein. Und warum die eben sehr diskussionswürdig ist und warum wir uns damit beschäftigen, sind eben diese unglaublich vielen Clues, die es halt gibt im Werk der Beatles. Ob das hier Sachen sind, die man rückwärts hören kann, ob das in Textstellen ist von Liedern, sowohl von den Beatles als auch andere Songs, die es noch gibt, die in diesem ganzen Umfeld, so wie Satelliten kreisen. Ganz viele Clues und da werden wir auch bestimmt einige davon noch im Detail besprechen. Auf den Plattencovern, auf Fotos, auf Bildern. Und es ist schon wirklich eine spannende Geschichte. Und eben seit den 60ern gibt es ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen und immer wieder neue Clues finden. Und tatsächlich ist es noch eine lebendige Debatte, weil mit vielen von diesen Sachen bin ich schon lange vertraut. Die Beatles kenne ich echt schon seit Kindertagen, buchstäblich. Und habe mich auch schon immer interessiert für Storys von so Bands. Ich kenne diese Story schon ziemlich lange. Aber ich muss sagen, als ich das Buch gelesen habe, Oliver, da sind einige neue Dinge auch gewesen, die ich noch nicht gehört habe. Unter anderem auch, bezieht ihr euch ja auch auf so einen YouTube-Kanal. Also, was ich einmal sagen will, es ist immer noch eine aktuelle Forschung. Da kommt immer noch mehr, mehr, mehr. Und die Anzahl der Clues, das ist schon wirklich so, wo man sich dann so ein Kopf kratzen muss. Was ich noch anmerken möchte, also die Story ist so, ich glaube, das hatten wir nämlich noch gar nicht genau genannt. Er soll bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sein, 1966. Ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich in die Details reingehen, in die ganzen Clues, noch mal sagen, was aus Sicht des gesunden Menschenverstandes auch irgendwo dagegen spricht. Also zum einen muss man sich natürlich fragen, wie können die den ersetzen? Die brauchen ja einen Doppelgänger, der so aussieht, der so eine Stimme hat, der so singen kann. Die Familie und Freunde müssen dichthalten und alle möglichen Mitwisser müssen ja auch dichthalten. Insofern gibt es halt eben ganz viel, wo man sagt, ach, das kann eigentlich nicht stimmen, ist doch Blödsinn, intuitiv. Aber es gibt diese ganzen vielen Hinweise und die wiederum, die sind nicht von der Hand zu weisen. Das sind halt Fakten, dass die existieren. Und deshalb, Oliver, ich gebe dir das Wort, bombardier uns, schieß los, erklär uns, warum das so sein könnte. Du hast es ja gerade gesagt, er muss so aussehen, er muss dieselbe Stimme haben und so weiter und so fort. Und das alles scheint hier nicht gegeben, wenn man es sich genau anschaut. Unser Autor muss ich ganz ehrlich sagen, hat das sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Was da alles zusammengekommen ist, also es gibt ja Aussagen von Untersuchungen bezüglich Voice Prints. Das heißt also, ist die Stimme wirklich noch dieselbe wie vorher? Und dann hat ein Fachmann herausgefunden, er hat jetzt drei verschiedene Stimmen gefunden. Also es hat drei verschiedene Leute jetzt, die Paul McCartney gewesen sein sollen, mehr oder weniger hier gefunden. Dann, und das ist für mich war das im Manuskript ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gibt es in Italien zwei Spezialisten, zwei Forensiker, Spezialisten für Gesichtserkennung. Und diese Leute haben schon für die Regierung gearbeitet, für die Polizei. Und also das sind Fachleute, die vor Gericht eben praktisch als Fachleute anerkannt sind. Das sind der Francesco Gavazzini und die Gabriella Carlesi. Und die haben also dann gesagt, was machen wir jetzt als nächstes? Da gibt es auch diese Geschichte, dass angeblich Paul McCartney ersetzt worden sei. Das haben die schon irgendwie gehört. Und dann haben sie gesagt, oh, wir schauen uns jetzt die Bilder mal an. Und zwar die Fotos von Paul McCartney vor 66 und dann nach 66. Und dann ist in zwei Minuten diese Sache vom Tisch. Das war das, was sie gedacht haben. Und dann haben sie sich die Bilder angeschaut und raus kam eben ganz was anderes. Und zwar haben die gesagt, es darf normalerweise nur einen Unterschied geben von 1,5 Prozent bei den Bildern. Und es waren dann sechs Prozent. Und es war also massiv, was da gefunden wurde. Sie haben also eigentlich klar gesagt, dass es nicht mehr dieselbe Person war, haben sich aber auch nicht hundertprozentig festgelegt, weil sie gesagt haben, wir brauchen eine Leiche, wenn wir es hundertprozentig sagen wollen. Ich würde gern mal ganz kurz einen ganz kurzen Abschnitt da vorlesen. Und zwar bezüglich dem, was also die abschließend gesagt haben, diese Forensiker. Und zwar sagen die, wieso, fragt man sich, kann ein Mann innerhalb weniger Monate die Form des Schädels, des Gaumens, des Mundes, der Nase, des Kiefers und der Ohren verändern und dabei weiterhin singen und Musik komponieren. Auf der einen Seite gibt es die Schwierigkeit, einen fast perfekten Personentausch zu akzeptieren. Auf der anderen Seite unterstützt die Kraniometrie die vielen Hinweise in den Plattenalben, in Portfolios und in den Videos der Beatles. Am Schluss gilt folgende Frage zu beantworten, wer ist der Mann, der Paul McCartney genannt wird? Das sagen die Forensiker, die Wissenschaftler, Spezialisten für Gesichtserkennung. Das war für mich, als ich das Manuskript gelesen habe, schon sehr, sehr wichtig. Ja, das ist wirklich sehr interessant mit den beiden Forensikern. Vor allem ja aus dem Grund, weil die ja eigentlich angetreten waren, um diese Paul-is-dad-Geschichte zu widerlegen. Die haben sich ja gedacht, ja, okay, wir untersuchen das mal eben, ein paar Bilder abgleichen und dann können wir aufzeigen, die die Leute da im Internet, die haben alle nicht alle Latten am Zaun. Und dann kommt halt eben raus. Sechs Prozent war es ja, glaube ich, Unterschied. Zuvor 66, nach 66. Das ist natürlich auch kein wirklicher Beweis und richtig festgelegt haben sie sich ja auch nicht. Natürlich haben die aber auch einen akademischen Ruf zu verlieren. Aber es ist ja schon mal zumindest irgendwie mal wieder so eine Kleinigkeit, wo man denkt, okay, könnte da doch was dran sein. Aber was gibt es denn da noch? Also, wenn ich kurz noch auf das mit den Bildern eingehen darf, weil das ist wirklich ja auch ein starker Punkt. Ich meine, das ist ein gutes Argument. Guck mal, hier haben sich das Forensiker angeschaut und ich weiß nicht, ob wir die Bilder da haben, aber ich habe ja dein Buch am Start. Wir können doch mal das reinhalten. Ich meine, das, wenn man so vergleicht, das liegen zwei Jahre auseinander. Und ich meine, da kann man selber mal sich so einen Eindruck machen, sieht schon ähnlich aus. Aber ist das wirklich, ist das derselbe? Schwierig ist halt auch, dass diese alten Bilder alle in schwarz-weiß sind, weil spannend ist natürlich dann auch noch die Augenfarbe. Aber ich finde, naja, also ich meine, hier schauen schon die Augen schon ein bisschen anders aus. Ja, man sieht also links, also die Augenfarbe scheint relativ hell zu sein, rechts relativ dunkel zu sein. Was auch auffällt ist, das ist unserem Autoren sehr oft aufgefallen, dass der frühere scheinbar ein schlankeres Gesicht hatte und auch die Nase völlig anders aussah. Auch die Ohren, beim einen waren die Ohren angewachsen, also die Ohrläppchen angewachsen, beim anderen weniger. Und das ist ja auch ein Punkt, den die Forensiker gesagt haben, das kann man nicht, diesen Knorpel kann man nicht verändern, der da auch anders war. Also laut den Forensikern, wie gesagt, zu 99 Prozent sagen die, das ist nicht mehr dieselbe Person, aber sie können es nur zu 100 Prozent sagen, wenn sie eine Leiche hätten. Und es ist ja auch so, dass dann kurz nach diesem vermuteten Todesdatum 1966, da sind die Beatles auch nicht mehr live aufgetreten. Das war so ein Punkt, der mich so ein bisschen zum Grübeln gebracht hat, weil ich ja gedacht habe, ja, aber wenn die jetzt immer mit dem Doppelgänger rumrennen oder auftreten, das muss doch den Fans auffallen. Also es gab keine Live-Auftritte mehr seitdem. Das hat vielleicht mit dem zu tun, also wenn er wirklich ausgewechselt worden ist, dass der echte Paul McCartney Linkshänder war. Er hat ja den Bass links gespielt und wenn wirklich jemand gefunden worden wäre, der diesen Platz für ihn einnimmt und der wahrscheinlich kein Linkshänder war, dann hätte der umlernen müssen. Das heißt, man kann das natürlich schon machen, aber ein ganzes Konzert so durchzustehen ist fraglich. Also man kann natürlich schon irgendwelche Videoclips drehen oder kurze Ausschnitte machen und dann links spielen, aber ein ganzes Konzert über zwei Stunden, das ist fraglich. Ja, das finde ich ist auch überhaupt ein sehr guter Punkt in dieser Story, ein sehr gutes Argument, dass direkt nach der Sache, also es war Ende 1966 und danach haben die Beatles nicht mehr live gespielt. Es ist nicht nur, dass sie nicht mehr live gespielt haben, sondern tatsächlich kann man sagen, in der Biografie der Band ist dort ein ganz großer Bruch, das wie eine Zäsur, die in ganz vielen Dingen auffällt. Also man spielt nicht mehr live, die Musik ändert sich, die Musik ist ganz anders geworden. Also dieser Bruch, der ist definitiv da. Aber das Erscheinungsbild. Ja, genau, Erscheinungsbild, also in ganz vielen Dingen. Und ich meine, in der Tat ist, wenn du ein Double einsetzt, das ist wahrscheinlich relativ oder gut vorstellbar, gerade auch in den 60ern, weißt du, mit Maske und so, dass du das optisch hinbekommst da. Aber musikalisch ist es natürlich viel schwieriger. Du hast es angesprochen, du musst einen Linkshänderpass spielen. Gut, da könnte man auch noch faken, weißt du, nicht jeder, der auf der Bühne steht, spielt auch wirklich. Das könnte man alles noch machen so. Und wurde bestimmt in den 60ern auch oft genug gemacht, ohne dass ich jetzt sagen würde, es wurde bei den Beatles gemacht. Weil die haben ja ab 1966 nicht mehr gespielt. Aber auch die Gesangsstimme so, da könnte man sich auch vorstellen, dass es schwierig ist, das live so hinzubekommen, dass die Leute das nicht hören. Während umgekehrt ist, sehr wohl vorstellbar ist, dass auch 1967 die Beatles vielleicht in der Lage waren, diese akustischen Dinge in einem Studio schön zu verschleiern. Weil das weiß man auch. Es ging ja dann jährig los in diese legendären Sgt. Pepper Sessions für dieses große Album, was ja das erste sozusagen nach, mit dem neuen Paul. Und diese Sgt. Pepper Sessions, die haben monatelang gedauert. Und die liefen ab in den berühmten Abbey Road Studios von EMI Records. Das war das größte Studio in Europa. Und die Beatles waren so Superstars. Die haben dort alle Register gezogen, auch technisch und so weiter. Und da wurde denen jeder Gefallen abgenommen. Das heißt, es ist schon unbestritten auch unter Beatles-Fans oder Musikfans, wenn du das Pepper-Album anhörst, die Gesangsstimmen. Weißt du, da wurde ganz viel verändert. Da kommt John Lennon und sagt, hey, ich möchte heute mal eine Oktav tiefer. Dann kommt ein Tontechniker und der macht das dann möglich so. Aber eben live könntest du das wahrscheinlich nicht machen. Und das ist, finde ich, schon doch ein gutes Argument auch. Was es auch nicht mehr gab ab dem Zeitpunkt, sind gemeinsame Pressekonferenzen. Es gab vorher immer wieder gemeinsame Pressekonferenzen. Das war dann vorbei. Keine gemeinsame Pressekonferenz mehr. Und Paul sah auch verändert aus irgendwie. Was dazu kommt, ist noch, er hatte ab dem Zeitpunkt ein perfektes Pianospiel. Er konnte Klavier spielen. Er konnte zwar vorher auch schon, aber nicht so perfekt wie später. Und auch, unser Autor ist ja auch Bassist. Und er sagt, das Bassspiel war ein völlig anderes als vorher. Er hat völlig anders den Bass gespielt. Also das sind alles so Dinge, die, wenn man zusammenzählt, schon sehr auffällig sind. Was mich ein bisschen stutzig macht, nehmen wir mir jetzt mal an, hypothetisch, die haben einen Doppelgänger gefunden, der zwar ein bisschen anders Bass spielt, aber so ähnlich genug, dass es den meisten nicht auffällt. Und die Stimme klingt auch ähnlich genug. Und der sieht auch so aus einigermaßen. Den kann man sich aber, selbst wenn man den findet, es ist doch sehr unwahrscheinlich aus meiner Sicht, den sofort und so schnell zu finden, wenn man ihn braucht. Also jetzt, der Paul McCartney stirbt, ist ein Unfall. Das hat keiner gewusst. Und zack, wir haben den perfekten Doppelgänger. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn es ein Doppelgänger wäre, dann hätte man den doch schon vorher, warum auch immer, sag ich mal, irgendwie so wie so ein Ass im Ärmel haben müssen oder gekannt haben müssen oder gewusst haben müssen, wo man den schnell herbekommen könnte. Das finde ich irgendwie so ein bisschen unwahrscheinlich. Aber ich glaube, die Geschichte, so wie sie auch in dem Buch erklärt wird, die hat ja genau auf diese Frage eine Antwort. Genau. Es ist ja so, nicht nur, dass Paul McCartney einen Bruder hat, das ist mal die eine Geschichte, der angeblich schon öfter für ihn eingesprungen war. Das müsste man nachprüfen. Zum anderen ist es so, dass es einen Mann gab, der schon sehr, sehr lange mit den Beatles unterwegs war oder mit den Beatles zu tun hatte und auch scheinbar mit dem Manager Epstein zu tun hatte. Und dieser Mann, ein gewisser William Shepard, dieser Mann soll angeblich dann Paul ersetzt haben. Und dieser Bill Shepard, Billy Shepard, ist also, wie gesagt, absolut schon vorher bei den Beatles präsent gewesen. Er hat sogar ein Buch über die Beatles geschrieben. Er hat das Buch sogar dann auch auf Deutsch. Und dieser Billy Shepard war ganz im engsten Kreis der Beatles unterwegs. Er hat auch das Fanmagazin, glaube ich, betreut von den Beatles in Liverpool. Er selbst war Musiker auch, Merseyside Musiker in Liverpool und hatte eine Band, und da kommen wir gleich auf dieses erste Album, dann nach 1966 zu sprechen. Er hatte dort eine Band, die hieß Billy Pepper and the Pepper Potts. So, und dieses Album, von dem auch Frank gerade gesprochen hat, dieses erste Album nach 1966, hieß eben Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Also der einsame Herzenclub von Sergeant Pepper. Und von Billy Pepper zu Sergeant Pepper ist es nicht weit. Die Frage ist, gibt es denn Bilder von, wie heißt er, Billy Shepard, bevor er den Paul McCartney ersetzt haben soll? Das wäre natürlich dann interessant zu schauen. Gibt es irgendwelche Darstellungen, wenn es, das heißt, er war viel mit den Beatles auch unterwegs, gibt es gemeinsame Bilder oder irgendwas? Genau, wie es Olli auch erklärt hat, dieser Billy Shepard, der war sozusagen zur Verfügung. Man kannte sich, man ist in derselben Musikszene unterwegs. Und der Shepard war doch aus dem Bewunderer von den Beatles. Was ja dann auch gesagt wird, auch im Buch, ist, dass die halt unterschiedlich groß waren. Und dass man das auch sieht, weil die Beatles hatten ja auch, wenn die auf der Bühne standen, und das ist bei ganz vielen Bildern so, das ist ja auch eine besondere Aufstellung, so die was Ikonenhaftes hat. Gerade weil eben der McCartney den Bass links spielt, geht halt eins von diesen Instrumenten, geht in die Richtung, eins geht in die und die stehen so zu dritt da und bilden so eine symmetrische Gruppe so. Und da waren die halt auch eigentlich so alle einigermaßen gleich groß. Aber dann ändert sich das auf einmal, weil der halt ein paar Zentimeter größer war. Und das kriegst du halt auch nicht irgendwie retuschiert oder so. Genau, genau. Was auch sehr auffällig war bei diesem Album, vielleicht kommen wir später dann noch zu diesem Plattencover, was sehr auffällig war, dieser Song Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band auf dem Album, da gibt es eine Textzeile, was heißt wie proudly present oder introduced to you proudly Mr. Billy Shears. So, Billy Shears, Shears ist wie Scheren. Shepard heißt ja der Schäfer. Schafe, Scheren, also wir ganz stolz präsentieren wir ihnen oder zeigen wir ihnen hier Billy Shears. Wo jeder fragt, ja wer ist Billy Shears, bitte sehr. Ich würde gerne noch mal was kurz einwerfen fürs Verständnis, vielleicht auch für die Publikum, die wie ich nicht große Beatles-Kenner waren bis vor kurzem. Viele Texte der Beatles sind schwer zu interpretieren. Also weil jetzt so eine Textzeile wie irgendwie Proud to introduce you Mr. Shears so, das ist so ein bisschen surreal oder wie kann man das nennen? Also so, ja, so wie auch bei manchen abstrakten Gedichten. Also man weiß manchmal gar nicht so genau, was meinen die jetzt oder wovon singen die eigentlich. Und in dem Kontext haben sie dann verschiedene Textzeilen in Songs eingebaut, die rätselhaft sind, die man aber im Sinne dieser Story so deuten könnte. Das habe ich doch, glaube ich, auch richtig verstanden bisher. Ja, das ist richtig. Und gerade John Lennon, der hat das halt auch als Stilmittel gehabt. Also oft auch so irgendwie einfach Dinge, die dann vielleicht ihm phonetisch gerade passen. Oder es ist auch so ein Ding, was in den 60ern modern war, so dieses Dream of Consciousness. Das muss dann auch gar nicht unbedingt so alles jetzt so einen narrativen Sinn ergeben. Es ist halt auch Popmusik. Das ist das Problem generell bei Texten, nicht nur bei den Beatles. Überhaupt auch diese Idee, hier ein kleiner Side-Fact, diese Idee so von Minimalismus und manchmal vielleicht sogar direkt Albern sein, das aber gleichzeitig als Kunstform irgendwie sehen. Wusstet ihr, dass Klaus Vormann, den ich, glaube ich, schon erwähnt hatte, den die Beatles in ihrer Hamburger Zeit kennengelernt haben. Und wie gesagt, die Beatles waren Arbeiterjungs und dann Kircher, Vormann, Vollmer. Das waren Intellektuelle so aus dieser Studenten-Szene. Und der Klaus Vormann, der hat dann später mit den Beatles auch zum Teil mitgespielt. Aber hier, kleiner Fun-Fact. Wusstet ihr, dass Klaus Vormann der Produzent war von dem 1980er-Mega-Neudeutsche-Welle-Hit Da, Da, Da von Trio? Das hat Klaus Vormann produziert. Und warum ist das erwähnenswert? Weil dieses Da, 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 das ist ja sozusagen die Weiterführung. Das ist direkt Dadaismus. Das ist noch aufs Minimalste runter reduziert. Da haben ja auch dann Leute so reagiert, boah, das ist das Ende der Kultur sozusagen. Da, da, da. Also das als Hit und wie kann sowas noch gehen. Aber die haben das durchaus auch so als Kunst-Tool genommen. Also das ist nur dazu so. Klaus Vormann. Aber Olli, gibt es da noch andere interessante Textstellen? Es gibt da einige interessante Textstellen. Da wird zum Beispiel auf dieser Platte eben auch erwähnt, ein Mittwoch um 5 Uhr morgens, wo etwas passiert, wo also die Untersucher dieser Paul-is-dead-These eben sagen, das ist wahrscheinlich oder möglicherweise der Tag oder die Uhrzeit, an dem er den Unfall hatte. Der Day in the Life ist der Track. Einer der besten Beatles-Songs überhaupt. Und da ist auch dann drin, he blew his mind out in a car. Also wo direkt eine Referenz ist da dazu auch. Man sollte vielleicht noch sagen, also die offizielle oder die offizielle Paul-is-dead-Version, also die die Interessierten mehr oder weniger sich erzählen, ist die, dass eben die Beatles im Studio waren und bis spät in der Nacht gearbeitet haben. Und dann gab es irgendwie einen Streit. Und Paul McCartney ist ihm dann nach Hause gefahren oder ist rausgefahren mit seinem weißen Aston Martin, den er da hatte. Und es soll auf der M1, auf der Motorway 1 bei London eben einen schweren Unfall gehabt haben. Und dabei wurde er angeblich rausgeschleudert. Es gibt auch Leute, die behaupten, also sein Kopf wurde abgetrennt. Und so soll das passiert sein. Also mitten in der Nacht oder fast schon in der Früh. Und wir kommen ja nachher gleich auf dieses Plattencover von Sergeant Pepper zu sprechen, wo eben auch scheinbar ein Datum kodiert ist. Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt eben, dass du das erzählst, dass die laut der Story sozusagen sich im Streit getrennt haben, weil das auch dann erklären würde, dass vielleicht der Rest der Band durchaus immer so ein gewisses Schuldgefühl noch hatten und sowas. Weißt du, so wollte man sich nicht trennen. Und dass das dann auch ja durchaus ein menschlich verständliches Motiv ist, warum man dann gewisse Clues auch einbaut. Einfach, weil man das künstlerisch irgendwie verarbeiten muss. Das haben ja andere Bands auch gemacht. Ich möchte ja nur daran erinnern. Beispielsweise Pink Floyd. Die wurden gegründet von einem Sid Barrett, aber der war nur auf dem ersten Album war der am Start. Und danach ist der dann so psychotisch geworden und konnte einfach nicht mehr irgendwie arbeiten. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Und die hatten dann auch die ganze Zeit immer über Jahrzehnte ein schlechtes Gewissen gegenüber, weil sie den Genius, der das vorher angemacht hat, den haben sie rausgeschmissen. Und sie selber sind dann Superstars geworden und ultrareich. Und da ist er echt in den 70ern, kannst du auf jedem Album, kannst du diese Referenzen hören für Sid Barrett. Und die Konstellation kann eben bei den Beatles auch gewesen sein, so, ey, weißt du, der vielleicht wichtigste Mann oder einer der Top-Leute, Paul McCartney, super kreativ, der ist weg. Und wir haben vielleicht uns auch im Streit getrennt. Deswegen ist der so gerast, weil der so sauer war und dass sie da irgendwie so ein Schuldgefühl haben. Und da wäre das dann wirklich verständlich, warum die diese Clues gemacht haben. Weil die Frage steht dann auch im Raum, wenn es so viele Clues gibt. Und wir schauen auch noch genau auf das Cover. Das ist großartig. Warum haben die das überhaupt gemacht? Also warum sollten die das gemacht haben? Aber das wäre die Antwort dafür, weil sie es einfach irgendwie halt immer noch manifestieren wollten. Ja, auch dieses weiße Auto kommt immer wieder vor. Also es gibt ja nicht nur bei dem schon vorhin erwähnten Videoclip zu Strobe of Fools Forever, es gibt eine Szene, wo dann tatsächlich von hinten ein weißes Auto durchs Bild fährt und fährt durch den Kopf von Paul. Und bei einem anderen Videoclip war es etwas ähnlich. Also man kann natürlich sagen Zufall, es ist aber schon sehr, sehr viel Zufall. Aber hatte der Paul nicht zu dem Zeitpunkt auch eine Lebensgefährtin, dessen Vater eine interessante Figur war. Weil das ist auch so ein kleines Detail, was ich doch merkwürdig fand. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, Oliver. Die Jane Asher. Die Jane Asher war die damalige Freundin von Paul McCartney. Und Paul McCartney lebte dann auch in dem Haus der Aschers mit ihr zusammen. Und interessanterweise war die Mutter Musiklehrerin, das war sogar die Musiklehrerin des Produzenten der Beatles. und der Vater war ein Psychologe und zwar ein Fachmann und sogar ein Vorreiter von, ja, du machst es ja auch, Hypnose-Techniken. Also er hat mit Hypnose-Techniken zu tun gehabt und interessanterweise ist dieser Mann 69, glaube ich, auch ganz seltsam ums Leben gekommen. Er ist verschwunden gewesen und man hat überall nach ihm gesucht und nach fünf Tagen hat man ihn erhängt im Keller des Hauses gefunden. Und seltsamerweise wurde das Haus aber vorher wirklich von oben bis unten abgesucht und nach fünf Tagen findet man seine erhängte Leiche im Keller. Und das ist einer der seltsamen Todesfälle im Umfeld der Beatles, sage ich mal. Und ja, Mind Control, man weiß es nicht. Ja, vor allem, das Interessante ist ja, der hat nicht nur mit Hypnose gearbeitet, auf den geht ja das Stockholm-Syndrom zurück, soweit ich weiß. Es ist derjenige, der das definiert hat. Also dieses Phänomen, dass Geiseln dann aufgrund von Übertragungsprozessen gewisse Sympathien oder ihre Geiselnehmer entwickeln oder sich mit denen identifizieren. Also es ist ja schon jemand, der in interessanten Bereichen geforscht hat und ohne dass ich jetzt behaupten will, ja, das ist so und ich will das unbedingt in dieses Narrativ reinpressen. Aber stellen wir uns einmal vor, die Beatles als, ja, als gemachte Band vom Tavistock-Institut, dann wäre das ja zumindest so ein Forscher, der ein bisschen so in diese Richtung gehen könnte, der in dieses Bild passt und der ist dann ausgerechnet mehr oder weniger der Schwiegervater von dem Paul McCartney und er hängt sich. Ist zumindest interessant. Man müsste ja auch nicht jetzt unbedingt dieses Narrativ von der gemachten Band bringen, sondern man kann ja sagen, von der eng begleiteten Band, von der eng begleiteten Band und eventuell diese Escher-Geschichte ist natürlich deswegen schon interessant, weil ihm die Mutter, die Margarete Escher, die Musiklehrerin, in den George Martin, den Produzenten der Beatles, als Musiklehrerin hatte. Es gab da ganz enge Verbindungen und interessanterweise hat ja dann, wenn er wirklich ausgetauscht worden ist, der neue Paul auch noch eine gewisse Zeit mit Jane Escher gelebt oder war in Verbindung, aber die haben sich dann nach einer gewissen Zeit getrennt und er hat dann die andere Frau, die er dann auch geheiratet hat, ich fähre mir jetzt den Namen gar nicht ein, Stoner wird es bestimmt wissen, dann schon dort kennengelernt und es gibt eine Zeugenaussage von jemand, der da auf einer Party war bei der Jane Escher und dann eben gesagt hat, Moment, warum ist denn der Paul McCartney mit einer anderen Dame dort oben? Warum sitzt der denn mit einer anderen oben? Ich dachte, er ist der Freund von der Jane Escher und dann muss irgendjemand gesagt haben, nein, nein, das ist ein anderer Paul McCartney. So und Ja, es sind viele Geschichten, also viele Indizien, wenn man an die Geschichte mit dem ausgetauschten Paul glauben möchte, die so dieses Bild stützen. Mich überzeugt das alles bisher noch nicht so 100%, aber ich finde es unheimlich spannend, da mal so drüber zu sprechen und zu spekulieren. Welche Frage ich noch habe, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass wenn man jetzt Beatles Stücke rückwärts spielt, gibt es dort gewisse Botschaften, das ist ein Fakt. Es gibt Textzeilen, die sich so interpretieren lassen oder die keinen Sinn ergeben haben, es sei denn, man legt diese Paul is dead Geschichte zugrunde. Es gibt dann noch Bilder und Plattencover, da werden wir noch drauf eingehen, die irgendwie darauf hindeuten. Die Frage ist, wenn er ausgetauscht wurde, warum geben die Beatles dann selber Hinweise? Also ja, okay, vielleicht haben die eine Art Schuldgefühl, die haben sich im Streit geklärt, aber eigentlich, wenn man so eine Art von Verbrechen, so einen Betrug begeht, warum hätte man dann Interesse, da noch Hinweise zu geben? Oder sind es nicht die Beatles selbst, die Hinweise geben, weil ich weiß jetzt nicht, wer die Plattencover für die designt, wer da das Machtwort spricht, haben die überhaupt mit Spracherecht, wie das Sgt. Pepper Album Cover aussieht? Aber wie ordnet ihr das ein? Wie beantwortet ihr das? Also zum einen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass, wenn das so ist, aus deren Sicht, das kein Verbrechen ist. Das ist nicht dieses Bewusstsein, hey, es ist ein Betrug in dem Sinne. Es ist natürlich, gerade aus heutiger Perspektive ist es schon ein Betrug, aber aus dem Blickwinkel der 60er, hey, es ist 1966, gerade die wirklich einflussreichen Leute im Musikgeschäft, für die war das immer noch halt, das ist einfach Business, das ist eine Teenie-Band. Das ist Showgeschäft. Für die hat das jetzt kein Bewusstsein wie, oh, ich brauche jetzt ein bisschen kriminelle Energie, um das durchzuziehen. Also ich glaube, das haben die, selbstverständlich kann man solche Optionen halt wahrnehmen. Und, naja, aber eben die Musiker, die anderen, vor allem John Lenn, bei dem weiß man ja auch im ganzen Rest seiner Vita, später dann auch Solo, das war durchaus ein intelligenter Mann und das war einer, der sich auch engagiert hat. John Lenn wurde, das ist auch ein spannendes Thema, wurde er ermordet und da gibt es auch alle möglichen Gerüchte und Indizien, die da zusammenkommen, allein über John Lenn, da könnte man so viel erzählen, wo, Dakota will die und all diese Sachen so. Aber John Lenn war auch jemand, der tatsächlich unbequem wurde, so, der Wahrheiten gesagt hat, ausgesprochen hat, die vielleicht nicht jeder in den 70ern von den Mächtigen gerade in den USA hören wollte. Und, weißt du, vielleicht einfach rein menschlich so, denn John Lenn hat das vielleicht gewurmt, der hat das auch am Anfang mitgemacht, gerade 66, bist du immer noch recht jung und ja, es ist halt jetzt so, gut, Business läuft weiter, aber dann, dass es wahrscheinlich Monat für Monat, Jahr für Jahr, in dem auch arbeitet, irgendwie in dieser Fake-Nummer zu stecken, so. Auch da, nicht als Betrug, aber einfach als Fake und dass er das dann vielleicht künstlerisch irgendwie unterschieben will. Und ganz ehrlich, das ist in der Kunst, der auch ganz allgemein der Kunst, nicht nur in der Musik, ist das ja auch ein bekanntes Phänomen, sehen, dass Künstler in ihrem Werk vielleicht Hinweise unterbringen, die, ja, möglicherweise dem Zeitgeist widersprochen haben. Weißt du, früher, wo du Kunst nur machst für die Kirche und bist aber selber vielleicht schon ein Freigeist, dann bringst du dort in deiner Kunst, in deinem Werk vielleicht gewisse Hinweise unter, die aber nicht jedem verständlich sind, damit du auch keine Ärger bekommst jetzt irgendwie mit der Inquisition. Also diesen Impuls, den kann ich gut verstehen. Und gerade wenn es eben noch so ist, dass John Lenn und Paul McCarty, das waren Freunde, die sind schon bis 1966 einen ganz schön krassen Weg zusammengegangen, von diesen Hamburg-Geschichten bis hin zum Beatlemania und so weiter. Also das halte ich für völlig verständlich so, dass gerade so ein John Lenn oder eben andere diese Hinweise halt geben und das machen wollen. Olli, wie siehst du das? Eins darf man nicht vergessen, es spielte da eine Rolle sehr, sehr viel Geld. Zu der Zeit waren die Beatles schon sehr, sehr bekannt und es war ein Unternehmen, muss man sagen. Und nicht nur der Auto, sondern auch ich gehe davon aus, wenn wirklich da das passiert ist, dass der ausgewechselt wurde, dann wurden da auch Verträge gemacht, da wurden Stillschweigeabkommen unterschrieben und, und, und. Also ich gehe nicht davon aus, dass irgendeiner der Beatles irgendwas etwas sagen hätte dürfen und wenn, dann hätte es Riesenprobleme gegeben. Und derjenige, meiner Meinung nach, der da am ehesten immer ein bisschen so was rauslassen hat, war der George Harrison. Der George Harrison hat ja immer wieder so Bemerkungen gemacht, es gibt da auch Videos auf YouTube zu finden und zwar war das jetzt gerade in der Zeit, kurz nachdem die Beatles aufgelöst worden sind oder sich aufgelöst haben, wo sie zusammengesessen sind. Paul war nicht dabei, mit Yoko Ono und so und da hat es geheißen, Yoko Ono, man sieht eine Beatles-Frau, wie sie den Beatles irgendwie Tee macht, den Fab Four und dann sagt der George Harrison Fab Free, not Fab Four, Fab Free und dann sagt er, Beatle Pill macht sein eigenes Ding, also Beatle Bill macht sein eigenes Ding, nicht Paul, Bill. So, dann sind wir wieder beim Bill, beim Lieben. Ja, das ist schon interessant. Wollen wir uns vielleicht mal an dieser Stelle ein paar Plattencover angucken? Weil ich glaube, das ist auch, was unsere Zuschauer jetzt langsamer interessiert. Was sind denn das für Hinweise eben halt auf den Plattencovern, die man da sehen kann? Ja, welches Album ist das? Ich bin ja tatsächlich Laie. Das ist das berühmte Abbey Road Album, das ist das letzte Album, was rausgebracht wurde. Das ist 1970 erschienen und zu dem Zeitpunkt des Erscheinens waren die Beatles als Band schon Geschichte. Das ist das letzte Album. Und Abbey Road heißt es deswegen, so ist diese Straße und an der Abbey Road sind eben die Abbey Road Studios, die wir vorhin schon erwähnt hatten. Und interessanterweise der vorletzte ist Paul McCartney. Die Figur hier, die man als einziger ohne Schuhe sieht. Genau. Einer den Clues hast du schon entdeckt, der wollte ich heiß. Genau so ist es. Genau. Und interessanterweise ist man davon ausgegangen, im Moment, wenn der keine Schuhe anhat, ist der dann tot, weil zumindest in England ist es so, dass man den Toten also keine Schuhe anlässt, wenn die beerdigt werden. was auch interessant ist, jetzt gleich bei Paul zu sehen, das ist die Zigarette in der rechten Hand als Linkshänder. Das ist sehr, sehr seltsam. Ja, dazu kommt, dass, wenn du genau hinschaust, die drei Beatles gehen im Gleichschritt, nur Paul, sein Schritt, ist genau verkehrt. du hast den legendären VW Käfer dort links im Bild, der das Nummernschild trägt, 28 if, 28 wenn, also wenn nicht, wenn ich, wäre ich. ein Weißer bei dem vermeintlichen Tut, war da 28 oder warum die Zahl? Nee, er wäre 28 gewesen dann zu dem Zeitpunkt, wo hier dieses Album ausgegangen ist oder so. Oder sowas, glaube ich. Genau, genau, genau. Aber was, das Interessanteste daran ist, ist eigentlich, ich weiß nicht, wer das dann aufgebracht hat, aber das, man sieht hier, hat jemand behauptet, eine Prozession und zwar eine Prozession zu einem Begräbnis. Jetzt, wenn man das Ganze mal durchgeht, von rechts nach links, also der Weiß angezogen, ist John Lennon, der eben angezogen ist wie ein Priester, ganz in Weiß. Dann dahinter der Ringo, genau, dahinter Ringo, der quasi wie ein Bestatter aussieht, dann dahinter Paul ohne Schuhe, also die Leiche quasi, der Verstorbene und dahinter in Jeans der Totengräber George. Also man sieht hier eigentlich eine Prozession für ein Begräbnis, so könnte man es zumindest deuten. Ja, und viele sagen auch, dass hier links das Grundstück, dass das vielleicht auch ein Friedhof sein könnte, sondern an der einen oder anderen Stelle sieht es aus, ja, könnte es sein, oder, dass das links hier ein Friedhof ist. Zumindest, was ich interessant finde, jetzt mal abgesehen davon, von dieser Paul-is-Dad-Geschichte, eins scheint ja auch ein Fakt zu sein, dass man den Paul McCartney in der Bilddarstellung immer irgendwie so ein bisschen hervorgehoben hat. Also der scheint so oder so, auch wenn er jetzt nicht gestorben ist, dass man dem so ikonografisch eine gewisse Sonderrolle immer irgendwie zugedacht hat. Ja, wie gesagt, also McCartney und Len, die beiden waren halt auch die absoluten Superstars. Aber vielleicht schauen wir mal, schauen wir mal das nächste Plattencover an. Das ist jetzt, glaube ich, dieses berühmte Sgt. Pepper Cover, ne? Genau. Genau, dazu muss man wirklich sagen, für die Leute, die es nicht wissen, ey, das gilt als eins der allerbesten Alben überhaupt in der Musikgeschichte. Eins der kommerziell erfolgreichsten Alben. Es ist sozusagen das Meisterwerk auch von den Beatles. Dieses Album ist, ey, das ist ein Riesenbestandteil von Popkultur. Und, ja, spannend. Ey, man kann da so viele Dinge drauf sehen, ne? Ja, vor allem, also interessant ist zum einen unten diese Blumenkonstellation könnte vielleicht, könnte man sagen, so ein bisschen wie so, wie so, ja, wie bei so einer Bestattung, ne? Oder wie auf so einem Grab. Es sieht aus wie ein Grab, so frische aufgeworfene Erde, oder? Da ist jetzt keine Wiese, sondern das ist so ein Erdhügel und da ist ein Blumengestecke arrangiert da. Und hinten links sieht man einmal Leister Crowley, der zweite von links ganz hinten. Und dann ist er rechts noch ein zweites Mal da, ne? Ich glaube, als ein etwas jüngerer Leister Crowley sieht man ihn auch irgendwo. Nein, rechts versteckt. Rechts versteckt. Und zwar, da ist diese, Sekunde, da muss ich mal schauen, das ist diese, diese blonde Dame in dem goldenen Kleid. Ja. Und dahinter sieht man, sieht man was hervorlugen. Ich meine, so eine Kappe, das ist Crowley. Das ist die zweite, zweite Abbildung von der Leister Crowley. Interessanterweise, direkt darüber ist ja, glaube ich, Lewis Carroll, der Autor von Alice im Wunderland. Genau. Genau, so eine ganze Reihe von Prominenten aus Popkultur oder Leute, die der Popkultur irgendwie wichtig waren, auch aus einer anderen Zeit wie eben Crowley. Ich weiß gar nicht, hier alle Details, Karl Marx siehst du irgendwo. Ich habe auch gehört, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, dass auch irgendwie Blavatsky da wäre. Es sind ganz viele. Aber die Idee ist ja sozusagen, hey, guck mal, da kommen Leute zusammen zu einer Beerdigung, weil dort kommt man halt zusammen als Publikum oder als Leute, die dem halt ein Geleit geben, die alle irgendwie was mit dem zu tun hatten und sei es nur so auf geistiger, philosophischer Ebene oder so. Genau, und dann hat man vorne eben gesehen, diese gelben Blumen vorne, da sieht man auch so Seiten, wo die Leute sagen, Moment, das ist doch ein links gespielter Bass. Und dann hat ein Journalist den Derek Taylor angerufen, den Pressesprecher der Beatles und hat gesagt, sag mal, da unten, diese Blumen, das ist doch ein linkshändiger Bass. Was bedeutet das? Dann sagt der Taylor quasi unvorsichtigerweise auf dem Grab und fragt der Journalist, ist das ein Grab? Dann ist er so ins Stottern gekommen, weil er das letztendlich verraten hat, dass es hier um einen Grab geht. und wenn man es sich genau anschaut, sieht man ja links die alten Beatles, die da dort stehen, also ziemlich traurig, so wie sie früher eben angezogen waren, so schwarz-weiß, weiße Hemden und in der Mitte sieht man die neuen Beatles und wenn man genau hinschaut, kann man schon da sehen, dass dieser Paul, dieser blau gemandete Paul, der neue Paul ist größer. Genau, größer ist, genau. Was auch noch interessant ist, ganz kurz, ich muss einwerfen, weil wir hatten schon gesagt, hier ist Aleister Crowley. Es gibt einen Bezug zum Okkultismus und ich finde auch spannend, man sieht, eine Randfigur ist ja ein Schwarzer, das ist, glaube ich, ein bekannter Boxer aus der Zeit und rechts sieht man diese Blondine, also wie zwei Säulen, eine ist dunkel und eine ist hell. Also es deutet auch auf Jakkin und Boaz, die Säulen der Freimaurerei vor dem Salomonischen Tempel hin, sehr subtil und versteckt hier in die Symbolik eingebaut, hat aber für mich doch deutlich zu erkennen, ich halte das nicht für einen Zufall. Ja, es sind unglaublich viele Dinge, man erkennt immer wieder neue Sachen. Wenn man ganz rechts schaut, ist so eine Puppe zu sehen. Diese Puppe hat, man kann es vielleicht gar nicht so gut sehen, es hat auf dem einem Bein ein kleines Modell eines Aston Martin, eines weißen Aston Martin, genau das Auto, das der Paul gefahren hat, mit dem er angeblich verunglückt ist. Und rechts sieht man bei dieser Puppe einen Fahrerhandschuh, einen blutigen Fahrerhandschuh. Also das ist schon sehr auffällig. Weiterer Clou, über den Leute sprechen, ist, dass Paul McCartney, also in der Mitte im blauen Gewand, als einziger ein schwarzes Instrument in der Hand hält. Und dann kommt natürlich noch der berühmte Spiegeltrick. Ja, genau, Oder man sieht ja diese Trommel in der Mitte, wo Sergeant Pepper draufsteht, und da steht das Feld, das Feld ist ein Bassdrum, ist hochinteressant. Bevor wir das Feld erstmal genauer anschauen, beziehungsweise die Inschrift mal genauer anschauen, ist es wichtig zu wissen, dass es stehen ja auf der Platte die ganzen Credits drauf, das heißt, wer hat was gemacht. Und für dieses Basstrommelfell ist genannt ein gewisser Joe F. Grave. Und dieser Joe F. Grave ist nirgendwo zu finden. Es ist aber so, genau, genau, es ist also so, dieses F. Grave ist eigentlich eine Zusammensetzung von Epitaph und Grave, also von Grab in Schrift und Grab. Ein Joe Grab in Schrift und Grab hat dieses Ding quasi ja, entstehen lassen. ein Mann, den es nicht gibt und jetzt, wenn man sich das anschaut, da steht ja dort, Saja Peppers Lonely Hearts Club Band. Wenn man sich das Lonely Hearts anschaut und dieses Ganze in der Mitte spiegelt, also dieses Lonely Hearts und dann kommen ganz interessante Dinge raus und zwar kann man dann erkennen, eine 1, eine römische 1, dann ein 1, dann wieder eine römische 1, eine römische X und dann he ein Pfeil die. Also ein bestimmtes Datum und dann er stirbt oder starb und zwischen he und die sieht man einen Pfeil und der Pfeil zeigt nach oben zu dem neuen Pol oder zu Pol. Ich weiß nicht, haben wir da ein Bild davon, ansonsten halte ich es mal rein, weil man muss das wirklich sehen, dann ist es auch... Ja, das müssen wir vielleicht später nochmal angucken, weil man sieht dich jetzt nur in der verkleinerten Darstellung. Halt das vielleicht nochmal zum späteren Zeitpunkt rein. Das müssen wir wirklich mal reinhalten. Was ich auch interessant finde, man sieht über den Paul in blau ja auch irgendeine Figur, die so eine Hand ausstreckt. Über ihm ist so eine Hand, irgendwie so, so eine Geste muss nichts bedeuten, kann ein Hinweis irgendwie auf ihn sein, mal wieder auf eine gewisse Sonderrolle. Aber es kommt immer wieder vor, es kommt immer wieder vor, dass über Paul dann so eine Hand zu sehen ist, zum Teil auch mit diesem sogenannten Satans-Zeichen, wie jetzt auf dem Plattencover von sehen wir dann, glaube ich, eh noch gleich Yellow Submarine, da ist das auch zu sehen. Aber das kam immer wieder vor, da gibt es bestimmt ein Dutzend so Fotos, wo man sieht, dass immer wieder so eine Hand abgebildet war darüber. Viele sagen ja dann, dass das so ein Todessymbol wäre, irgendwo aus asiatischer Kultur oder so, aber da weiß ich nicht, also ich habe das sonst noch nie irgendwo gehört, dass wenn du jemand die Hand drüber hältst, dass das sozusagen ein Zeichen für tot wäre. Tatsächlich hat man das ja früher auf jedem Schülerfoto irgendwie die Eselsohren drauf. Weiß ich nicht, aber wo Olli auf jeden Fall recht hast, fällt halt auf, dass es sehr oft passiert. Also das ist tatsächlich so. Auf einigen offiziellen Beatles-Bildern ist es halt so, dass da über dem Paul eine Hand ist, was es auch immer zu bedeuten hatte. Aber Charles, diese Bedeutung, die Handgesten haben, vielleicht kannst du uns mit deinem Hintergrundwissen über Logen da ein bisschen weiterhelfen. Taucht dann auch vielleicht im nächsten Bild, sehen wir uns ja dann auch die Manu Cornuta oder den Fans als die Pommesgabel bekannt. Vielleicht kannst du uns ja da aufklären, welche Bedeutung eben schon Handgesten auch haben, wenn man so eine Botschaft senden will, wenn man Clues verteilen will. Also Handgesten haben natürlich eine große Bedeutung in okkulten Traditionen. Also zum einen aus der ganzen Yoga-Tradition, da gibt es die Mudras. Ja, das wäre sozusagen das Pendant zu den Asanas, also den Körperstellungen im Yoga. Dann gibt es halt eben Mudras, sowas hier. Das sind dann eben spezielle Handstellungen. Und da die Beatles ja auch einen gewissen Indien-Bezug haben, ist es jetzt nicht völlig abwegig, dass denen irgendwie auch Mudras bekannt gewesen sind. Dann gibt es in der Freimaurerei eine Vielzahl an Handzeichen, vor allem in den Hochgraden, die sich teilweise mit Mudra, also den Mudras aus Indien sehr ähnelt. Und teilweise sind es sogar dieselben Handzeichen. Sehr interessante Connection. Deshalb sagt man auch manchmal, wenn man sich mit der Materie näher befasst, Freimaurerei ist abendländisches Yoga, wenn man so will. Zumindest was so die ganze Ritualistik und Gesten und sowas betrifft. Aber dann natürlich auch aus den Religionen. Wir kennen die segnende Hand. Wir kennen ja auch so aus dem Mittelmeerraum, so eher so Richtung Ostmittelmeer, so diese Hand der Fatima als Schutzsymbol, was man dann an Türen trägt. Also das kann durchaus eine Bedeutung haben. Und ich meine, dieses Bild ist symbolisch überladen. Da hat man jetzt nicht einfach nur eine Collage gemacht, irgendwelche interessanten Figuren, sondern man hat natürlich auch spezielle Bilder von denen ausgewählt und die auf eine besondere Art arrangiert. Und dass jetzt so eine erhobene Hand über dem Paul ist, das halte ich für keinen Zufall oder für jetzt irgendwie, dass man es aus stilistisch-ästhetischen Gründen gemacht hätte. Ich weiß auch nicht, wer die Figur ist, die diese Hand so hoch hält. Das Gesicht ist ja halb verdeckt, aber es sieht schon irgendwie so ein bisschen gruselig aus, wenn man sich das mal so aus der Nähe anguckt. Ja, interessant. Wer könnte das sein? Und auf jeden Fall, ich gebe dir völlig recht, zufällig wird es nicht sein. Und symbolüberladen ist es auch. Und es ist auch die einzige Hand, die da irgendjemand hochhält. Und das ist ja auch zentral im Bild. Man wird sich schon was dabei gedacht haben. Was ich noch nachschieben will, noch mal ganz kurz auf diese Bass-Trommel zu sprechen, kommen und zwar auf das Datum. Wie gesagt, es war ja eine 1, noch mal eine 1, eine 1 und eine 1. Jetzt ist natürlich das so gedeutet worden, 11 und 9, also 1, 1 und 9, also 11.9. oder 9.11. Oder wenn man zusammenzählt, auch der 3.10. wäre eine Möglichkeit. Also das sind diese drei Termine, sage ich mal, wo man spekuliert, dass das der Tag war, an dem der Unfall passiert ist. Ich gehe jetzt eher mal vom 9.11. aus, aber es gibt auch für die anderen zwei Möglichkeiten den einen oder anderen Anhaltspunkt. Ja und wie man es dann in der Spiegelung eben sieht, dort wo jetzt halt Hearts zu lesen ist, wenn du das spiegelst, dann kommt halt tatsächlich sowas raus wie He, also He, H-E, dann ist irgendwas, was kein richtiger Buchstabe ist, so ein Zier-Symbol und dann kommen drei Buchstaben D-I-E, also He, Die. Und vorher hast du halt das Datum und ich meine, das ist zusammen ein Datum und dann He, Die. Das ist wirklich schon ein Kuriose. Ich finde auch interessant, einfach hinten, wo Alistair Crowley abgebildet ist, der ältere Herr, neben ihm ist Sri Yukteshwar, das war der Guru von Paramahansa Yogananda, man sieht hier Edgar Allan Poe, man sieht Lewis Carroll, der alles im Wunderland geschrieben hat, man sieht auch aus dem Order of the Golden Dawn ein, also hier sind verschiedenste Figuren definitiv, die auch mit Okkultismus zusammenhängt oder Religion oder Spiritualität neben jetzt irgendwie Popkultur und das, finde ich, macht dieses Bild eigentlich für mich besonders spannend, es ist wunderschön, eigentlich nur vergleichbar mit dann späteren Albencovern von Michael Jackson, finde ich, wo so irgendwie so in so vielen kleinen Details diese Connection Popkultur Okkultismus aufgezeigt wird. ist nicht der Typ über George Harrison, George Harrison ist der Beatle ganz rechts in Rot, der direkt drüber ist, ist es nicht George Bernard Shaw? Ich glaube schon, das ist so Fabian Society und so, auch eben so eine englische Geschichte, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Bild da. Es war übrigens ein Clubcover, es war ein Clubcover, das heißt, es hat ein Mittelteil und eine Rückseite natürlich gegeben über jeden Cover, aber das Interessante war bei dem Clubcover, das haben die vier neuen Beatles wieder irgendwie dort sitzen und der Paul hatte da einen seltsamen Aufnäher auf dem linken Arm mit der Abkürzung OPD und das ist ja die Abkürzung für Officially Pronounced Dead Also im Englischen so eine offizielle Erklärung wie bei uns also so juristisch irgendwie so eine Redewendung halt offiziell verstorben und die Abkürzung wäre dann das Könnte aber auch sein, dass es halt OPD Ottawa Police Department oder so Ja, so hat das später dann gedeutet ist aber auch seltsam Aber was ich jetzt besonders interessant finde ist, man sieht ja hier einmal die neuen Beatles und dann die alten und die alten in ihren schwarzen Anzügen die sind doch wirklich in Trauerpose Also die sehen doch wirklich aus als würden die an einem Grab stehen Auch mit den Instrumenten die die da davor liegen haben das sind ja nicht ihre Beatles Instrumente sondern da stehen dann diese Blas Instrumente so ein bisschen altertümlich das ist eher vielleicht was man dann bei der Beerdigung gespielt hat so als Kapelle Ja, es ist echt ein interessantes Bild Aber wollen wir mal zum nächsten Plattencover weitergehen Ja Schauen wir uns doch mal das nächste an Das ist jetzt das Album Yellow Submarine Von wann ist das? Ist das vor dem Sgt Pepper Album oder danach? Später Später Danach Ja Das ist von 1969 Sgt Pepper war 67 Das ist also zwei Jahre später Und das ist ja eigentlich offiziell ein Soundtrack denn es gab ja dort die Beatles haben auch Filme gemacht und hier haben sie einen Zeichentrickfilm gemacht der genau in diesem Style wie Discover hier halt animiert ist und die Geschichte heißt Yellow Submarine auch ein wirklich skurriler Film so und ja da könnte man bei dem Film wahrscheinlich auch ganz viel so finden wenn man da genauer hinschaut aber ja das ist sozusagen das Cover von dem Album Yellow Submarine wo es eben auch den Film dazu gibt Übrigens ja dieses kleine U-Boot da unten was auch im Film immer vorkommt das gelbe U-Boot das habe ich als Kind mal als Spielzeug gehabt also nur so wie verbreitet das war also ich als Kind bin sowas aufgewachsen mit so Krims-Krims ja ist denn der Beatle über dem hier die die Hand ist ist das wieder Paul McCartney ja ja also er wird auf diversen Platten Covern der Beatles ob tot oder lebendig immer in besonderer Weise irgendwie hervorgehoben genau und hier haben wir auch wieder dieses Zeichen das manche eben als Satans Zeichen bezeichnen übrigens der der Mann in dem Matrosenanzug ganz links mit dem Vollbart der macht auch so ein ähnliches Zeichen und es steht die allseits mittlerweile bekannte Zahl 23 rechts auf dem Cover 23 ist ja ja und die kuriose Figur also rechts dann so in dem grünen Mantel der auch ausschaut wie so ein Magier guck mal der macht mit der linken Hand auch wiederum dieses Zeichen ja er war an der Macht irgendwie ich weiß nicht ob man es jetzt sieht aber der macht ja ungefähr so eine Geste also die eine Hand so und dann die andere weiste noch oben das ist das Ding wo ich mal gedacht habe wieder Charles ja also da sage ich jetzt ganz ehrlich das ist ja wirklich mein arrangierter Künstler der macht sich ja dabei den Kopf wie er meine Hände und so macht er kenne ich als Geste jetzt nicht direkt aus der Freimaurerei sieht aber so vom Arrangement so in der Art kann man sich manches Handzeichen in freimaurischen Hochgraden vorstellen ich würde aber durch die Alastair Crowley Connection fast eher vermuten dass das solche solche Zeichen und Körperstellungen sind aus dem OTO aus dem Ordo Templi Orientis also aus der aus der Crowley Tradition nicht direkt aus der Freimaurerei aber ich da stecke ich nicht im Detail drin ich vermute es nur vielleicht weiß es ja auch der ein oder andere unter unseren Zuschauern besser aber definitiv das kann man glaube ich zusammenfassen diese Körperstellung das ist westliche Magie das geht in diese Richtung das ist nicht einfach nur Zufall also ob Paul jetzt dead ist oder nicht diese Albencover haben okkulte Bezüge und ich finde auch diese Figur links im Bild was ist das also da ist dieser einen blauen Anzug ja dieser Seemann so wie so ein Kapitän sieht der aus und was ist das unten so wie so ein dämonisches kleines Vieh mit so einem blauen bösartigen Gesicht sieht fast aus wie so eine Karikatur aus dem dritten Reich von einem Juden also so erinnert mich daran so ja was ist das für eine komische Gestalt oder so ein Teufelchen oder was soll das darstellen ja es ist halt diese seltsame Fantasiewelt auch und ich möchte nur so als Gedanken so da reinschmeißen so in Amerika im Zuge von auch eben 60er Jahre im Zuge von dem was so als MK-Ultra-Programme bekannt geworden sind da gibt es ja auch ganz oft diese Connection in die Popkultur rein und da gibt es auch ganz oft die Connection zu gewissen so Fantasiewelten die man irgendwie benutzt im als Trigger für die Leute mit denen man halt hier an Mind-Control-Projekten arbeitet und eine ganz bekannte Geschichte die da wohl immer wieder in Verwendung gefunden hat ist eben Lewis Carroll hier Alice in Wonderland und deswegen taucht das auch wiederum bei dieser amerikanischen Popkultur immer wieder auch auf diese Bilder aber das ist andererseits ist es auch schwierig weil ich meine das ist halt Englisch und vielleicht hat da Lewis Carroll in der Englischen als Kinderbuchautor da so einen hohen Stellenwert wie bei uns was weiß ich Astrid Lindgren wahrscheinlich schwer vergleichbar sondern eine andere Zeit ist Willem Busch vielleicht eher oder so aber es fällt halt auf dass eben diese Zusammenhänge gibt also das halt gerne auch mit diesen ja das in so vermeintliche verkleidet oder könnte man fast sagen getarnt so als Kinderwerk und letztens gilt das vielleicht überhaupt für die ganze Popkultur getarnt als Entertainment dahinter dann durchaus klare für den der Spice verständliche ja okkulte Botschaften sind die man dort halt einbaut das kennen wir auch aus Kinofilmen und ganz vielen was gibt es hier noch zu entdecken ich wollte noch was anderes dazu sagen und zwar es gibt aus dieser Zeit ein Foto von den vier Beatles wo also im Hintergrund Ringo und George stehen haben also dieses Yellow Submarine in der Hand oder die Abbildung der Yellow Submarine und da ist komischerweise auf diesem U-Boot ein großes P P wie Paul zu sehen also als wenn jemand untergetaucht wäre ein gelbes Unterseeboot mit einem P wie Paul und im Vordergrund sieht man also den Paul der zu dem Zeitpunkt eben der Paul war daneben den John Lennon und Paul macht das 666 Zeichen und John Lennon macht eben auch wieder dieses Satans Zeichen und das ist ein sehr skurriles Foto muss ich ganz ehrlich sagen was auch noch interessant ist der Film der Film zu dem Yellow Submarine ja zu diesem Album hat ganz ganz interessante ja Clues auch und zwar ziemlich am Anfang des Films sieht man einen Grabstein man sieht einen Grabstein auf diesem Grabstein steht Nummer 49 liegt hier begraben steht dort hier light buried und Nummer 49 wenn man das sich hoch erinnert die Anzahl der Buchstaben Paul ist 4 9 McCartney also Paul McCartney liegt hier begraben könnte man eventuell meinen und dann gibt es eine Szene in diesem Film in dem man 5 Beatles sieht und zwar 2 Pauls also die anderen das ist interessant das ist sehr interessant das müsste man sich ja echt nochmal so mit diesem Hintergrund diesen Film angucken also eine Szene in der dann 2 Pauls gezeigt werden finde ich schon irgendwie spannend im Buch haben wir das drin im Buch haben wir das drin beides und was eben auch Leute wenn man auf Cluesuche ist halt auch sagen die ganze Idee von dem U-Boot ist ja auch nichts anderes wie wir haben hier ein U-Boot also der eine von uns ist gar nicht der der wirklich ist wir schmuggeln da was unter so ist ein U-Boot ich mach das das Bild jetzt mal weg wir sind fertig das zu interpretieren ne ja insofern kann man uns jetzt wieder in groß sehen aber es war schon interessant es gibt ja auch noch ein anderes Albumcover das haben wir jetzt nicht gezeigt da ist mal ein Album entschieden von den Beatles und da hat man das mit diesen Babypuppen und da hat man das dann zurück vom Markt wieder genommen es gab ein Albumkammer wo die Beatles sitzen die fotografiert und die haben so zerstückelte Babypuppen überall irgendwie so ein Arm so ein rausgerissenes Bein und das war dann zu kontrovers wurde vom Markt genommen aber so ein paar Sammlerstücke existieren noch vielleicht Oliver kannst du dazu mal was sagen weil das hat mich auch ein bisschen verstört ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube es war ein Compilation Album Yesterday and Now so glaube ich hieß das Ganze und das tatsächlich das war das wird bezeichnet als das Butcher Cover also das Metzger Cover das sieht unglaublich seltsam aus und die es sind also praktisch so Art Babyleichenteile es sind in Wirklichkeit Puppen aber Babyleichenteile so sieht es aus haben die Beatles da in der Hand ihre Händen Blut verschmiert und es wurde also dann relativ schnell zurückgerufen das Ganze und dann kam ein neues Cover raus wo man nur die Beatles sieht Paul in einem Koffer und die anderen drei stehen drum herum aber das ist doch sehr sehr also wenn man das zum ersten Mal sieht ist das sehr abstoßend irgendwo und passt eigentlich gar nicht zu den Beatles wie man sie so in Erinnerung hat jo aber da gibt es ja auch eine andere Story hinter diesem legendären Butcher Cover was ja wirklich total verstörend ist und die Geschichte du hast es ja schon gesagt das ist ein Compilation Album da muss man verstehen damals Mitte der 60er Jahre war der Markt in den USA und der Markt in Großbritannien und Europa das waren auch unterschiedliche Märkte es waren zum Teil auch unterschiedliche Plattenfirmen also du hast halt in Amerika mit einer anderen Plattenfirma gearbeitet die halt irgendwie theoretisch den Vertrieb für dich macht das hat dafür gesorgt dass bei ganz vielen Bands nicht unbedingt dieselben Alben produziert wurden weißt du die Beatles bringen in England ein Album raus und dieses Album ist nicht eins zu eins dann auch auf dem Rest der Welt in Australien oder USA erschienen sondern in Amerika hat man die Songs von den Beatles anders zusammengepackt und diese Compilations gemacht und vielleicht muss man überhaupt auch verstehen in den 60ern ist das überhaupt erst entstanden diese Idee man macht eine Langspielplatte man macht ein Album bis dahin war Musik war Single Musik es geht um Songs du haust Singles raus einzelne Songs hier die kleinen Schallplatten und tatsächlich ist das erste mit den Beatles auch überhaupt gekommen diese Idee wir machen mal eine richtige Platte wo dann jeder Song wichtig ist und wo man sich Gedanken macht über die Reihenfolge und so und bei den Beatles ging das eben los vor allem mit dem Revolver Album das war glaube ich das erste Mal wo die Beatles auch dann sich verändert haben stilistisch das ist noch vor 66 also noch vor der Paul-Unfallgeschichte da ging das schon los dieser Bruch und dass die auf einmal jetzt halt auch so künstlerisch sagen hey wir machen ein Album und nicht einfach nur Singles und die amerikanischen Plattengesellschaft ich glaube Capital Records war das die haben halt das ganz anders gesehen haben halt einfach so diese Platten verhunzt und dieses Album das Butcher Cover das Album heißt Yesterday and Today und dort sind halt Songs drauf aus dem letzten Beatles Album dort sind aber auch schon Songs drauf aus dem neuen Beatles Album dieses Revolver was ich gerade erwähnt habe was den Beatles wichtig war wo die sagen hey das ist unser Kunstwerk und die waren halt einfach total sauer auf die Plattenfirma die Idee war so ey ihr zerbutchert einfach unsere Musik ihr zerbutchert unsere Platten euch ist das scheißegal nur vom Commerz packt ihr das zusammen wie ihr wollt und dann haben die Beatles sozusagen als sowas erzählt letztens hey muss sich jeder seine eigene Meinung bilden aber das ist halt so die Erzählung dann haben die Beatles aus Trotz darauf und das um ihr Missgunst gegenüber diesem Capital Records zu zeigen haben die denen dieses Butcher Cover untergejubelt und die haben es aus welchem Grund auch immer halt einfach abgesegnet und rausgehauen und dann kam es wie du gesagt hast diese großen kontroverse Leute in Amerika regen sich aufhält was ist da was haben meine Kinder was haben die da für eine Schallplatte in der Hand das geht gar nicht und dann haben sie es wieder genau wie du sagst zurückgezogen haben ein neues Cover draus gemacht und tatsächlich ist allein diese Aktion hat dafür gesorgt dass das einzige Beatles Album ist was keine Gewinne eingetragen hat wegen dem ganzen Schmarrn aber ihr eins noch zu dem das alternative Cover was man dann genommen hat das Butcher Cover raus und das was man reingenommen hat das ist wie du schon gesagt hast Olli das sind die drei Beatles drei stehen Paul wiederum Sonderrolle Paul sitzt vor so einem in so einem offenen Koffer so ein fester Koffer der mehr wie eine Kiste ist und jetzt wenn du das Cover sozusagen drehst dann sieht es aus wie Paul liegt halt im Sarg Problem ist das ist aber noch bevor Paul das Unfall war also auch da das ist halt wieder das Ding mit den Clues ich könnte aber theoretisch dort auch das ist ein Clou nehmen und so ja vielleicht war es noch Dualmord oder so ich würde das mit den mit diesen Baby zerlegten Puppen also ich finde diese Erklärung Frank die du gebracht hast plausibel und die würde ich auch so erstmal glauben wenn man nicht wüsste das macht mich skeptisch die Beatles stehen am Anfang einer langen Entwicklung in der Pop Popkultur und das war so eins dieser ersten vielleicht Albencovern was so kontrovers war oder in so eine Richtung geht aber das sind die Jahrzehnte danach von unzähligen Bands die letztlich vielleicht irgendwie auch so in diese Richtung gehen dann nicht jetzt vom Musikstil aber letztlich zum großen Strom Popkultur gehören da gibt es so viele okkulte komische Platten Cover aber ich meine ich kenne auch so eins von Christina Aguilera ist natürlich was völlig anderes als die Beatles und ist 2000er Musik aber da liegt dann auch so eine Babypuppe und das ist wie so ein Ritual arrangiert also da ist ja da gibt einem ja einiges irgendwie zu denken na also man weiß ja auch von so MTV Music Awards also das ist so in Richtung so satanische Inszenierung warum auch immer ohne jetzt das erklären zu wollen aber das gibt es diese Bildersprache und da ist dann die Frage gehören die Beatles da als eine frühe Form oder ein Vorläufer schon zu oder tut man ihnen total unrecht und die hatten damit noch nichts zu tun und haben einfach gesagt hey unsere Songs sind unsere Babys und die zerstückelt ihr wenn ihr uns hier so ein komisches Album zu veröffentlichen man weiß es nicht aber ich finde es interessant mal drüber nachzudenken und auch gewohnte Denkpfade zu verlassen bei diesem Thema vielleicht würde ich an der Stelle auch noch einen Gedanken reinschmeißen der hat jetzt eigentlich nicht direkt was mit Paul ist Dad zu tun mit der Story und auch nicht mit dem Buch aber wo wir halt schon über Beatles reden und diese ja diese Frage gibt es dort okkulte Einflüsse ihr kennt wahrscheinlich Charles Manson Charles Manson und seine Family eine große Geschichte ich kann das jetzt nur ganz kurz sagen der hatte in San Francisco in den 60ern Summer of Love 67 hatte der eine Gruppe gegründet überwiegend junge Mädchen und Frauen aber es waren ein paar Typen dabei und die haben so als eine Art Hippie-Kommune gelebt und der war halt der Boss der Guru der war auch ein bisschen älter schon war schon 30 und ja das hat sich dann so apokalyptisch entwickelt hey die sind dann so schräg drauf gekommen und Mitglieder dieser dieser Gruppe und das ist da gibt es keinen Zweifel obwohl diese ganze Manson-Geschichte viele Fragen hat aber hey die haben halt dann Gewalttaten verübte Serienmorde unter anderem eben an Sharon Tate was die Frau war von Roman Polanski und diese ganze Story so ja wer da genau was wissen will recherchiert so aber hier die Connection zu den Beatles Charles Manson und seine Leute oder gerade Charles Manson der hat ja gesagt dass er bei den Beatles eben eine so unterschwellige Botschaften wahrnimmt also er hat es damals in den 60ern schon behauptet er hätte von den Beatles unterschwellige Botschaften wahrgenommen die die sozusagen ihn angetriggert haben diese Richtung zu gehen die sie dann gegangen sind also bis hin zu den zu den Verbrechen und ich das finde ich einfach super interessant auch da du kannst es von beiden Richtungen sehen du kannst natürlich zum einen sagen hey okay das ist halt das sind halt die Beatles das ist die größte Band in der Zeit und und jede Art von Pop das ganze Pop-Business Show-Business läuft davon es ist eine Show und du bietest dementsprechend eine Projektionsfläche und jeder kann dort rein projizieren was er will man kann es so interpretieren man kann aber auch andererseits sagen es ist nicht interessant dass es halt ausgerechnet die Beatles waren denen man ja sowieso das irgendwie nachsagt und das sind eben diese komischen Clues in diese Paul-Geschichte so ausgerechnet die Beatles sind die den Manson beeinflussen es waren nicht die Stones und nicht die Kings und nicht die Birds und nicht der Dillon oder wer auch sonst da noch alles am Start war da gab es so gerade dann Zeiten von Charles Manson gab es schon viele große große Musiker nicht mehr nur die Beatles aber er sieht es bei den Beatles insbesondere dann dieses White Album wo genau wiederum die Tracks drauf sind die auch Oliver halt erwähnt hat Revolution aber nein wo wenn du es rückwärts hörst dann hörst du was ist schon komisch und das letzte eben noch dass es auch komisch ist dass diese Verbindung gibt von 60er Jahren MK-Ultra-Programm wo es ging um Brainwashing und wie du Leute dir dort gefügig machen kannst wiederum rein in die Popkultur in dieselben Drogen in das LSD und so weiter also ey es entsteht da einfach so eine große Mischung und wie man das jetzt genau gewichtet so das ist dann ja wahrscheinlich wieder jeden Sinn es gibt doch noch eine noch eine Connection die du jetzt nicht genannt hast die kannst du besser erklären als ich aber ich fasse es mal zusammen der Mord an Sharon Tate fand in einem speziellen Gebäude statt oder irgendeiner Villa in Laurel Canyon und die hatte bevor Roman Polanski das gekauft hat ein, zwei Jahre vorher andere Inhaber und da waren dann in diesem Haus als es noch eine andere Inhaberin hatte ich glaube eine Frau war es die Beatles zu Gast und später hat einer von denen glaube ich im Interview gesagt dort hat er das erste Mal LSD genommen das ist die eine Connection und die andere Connection ist John Lennon wird vor dem Dakota Building in New York erschossen und das Dakota Building da spielt halt Polanskis Film Rosemary's Baby also es gibt merkwürdige Zufälle in Bezug auf die Beatles und auch eben Polanski Charles Manson und MK Ultra und eben halt auch Satanismus das ist so mehrere Team die aber sich immer wieder so kreuzen und scheinbar miteinander zu tun haben oder Leute wie wir sind einfach nur haben zu viel Langeweile oder Paranoia und deuten da immer zu viel rein aber es ist schon interessant und wirft ein anderes Blick auf diese Zeit und auf Pop und Popgeschichte als man so denken würde wobei wir bei diesem Gebäude in New York wieder bei Yoko Ono auch werden und Yoko Ono hat angeblich an dem Tag an dem der Unfall passiert ist von Paul der angebliche Unfall passiert ist den John Lennon kennengelernt in London bei einer Ausstellung so alles sehr seltsam außerdem die spätere Ehefrau des späteren Paul wenn er ausgewechselt wurde die Linda war praktisch mit ihr glaube ich in dieselbe Kunstakademie gegangen also es gibt sehr solche Verbindungen das ist unfassbar das ist eine kleine Welt was gibt es da noch gibt es noch was haben wir irgendwas aus dem Buch noch unerwähnt gelassen von diesen Hinweisen oder Indizien es gibt zwei Dinge was die Indizien betrifft die ich unbedingt noch kurz ansprechen möchte zum einen wir haben ja vorhin über diese Forensiker schon gesprochen aber es gibt auch eine ganz skurrile Geschichte wenn die Quellen die wir da haben stimmen aber es scheinbar stimmen sie und zwar 1980 wurde der Paul McCartney in Japan kurzzeitig verhaftet weil man bei ihm er war auf Tour in Japan weil man bei ihm Marihuana gefunden hat und da wurden die Fingerabdrücke von ihm genommen und verglichen mit Fingerabdrücken die Anfang der 60er Jahre in Hamburg genommen wurden von ihm weil er glaube ich er und Pete Best oder irgendein anderer Musiker der Beatles auf alle Fälle haben die irgendwie ein Kondom angezündet und da gab es einen riesen Aufruhr und dann kam die Polizei und hat von denen die Fingerabdrücke genommen sondern haben die Japaner diese Fingerabdrücke verglichen und die stimmten nicht überein das ist natürlich schon ein Argument wenn man sagen muss die Fingerabdrücke von 1961 62 sind nicht mehr dieselben Fingerabdrücke wie 1980 wenn das stimmt das ist jetzt die Frage kommen die japanischen Behörden an alte Kriminalakten aus Hamburg ran oder so aber keine Ahnung aber wenn es so wäre das wäre natürlich auch ein ausstattliches Argument die Quellen sind natürlich im Buch drin weil es ist natürlich ganz wichtig dass man alles nachprüfen kann und dass man schauen kann von wem kommt das wer hat diese Information gegeben aber was noch für mich sehr sehr wichtig ist vor ungefähr vor zehn Jahren gab es ja eine ganz schmutzige Scheidung Paul McCartney hat ja damals diese Heather Mills geheiratet gehabt dieses Model aus England die hat ja einen schweren Unfall gehabt ich glaube mit dem Skiunfall und hat dann ein Bein verloren und es gab eine ganz ganz schmutzige Scheidung in den Medien breit getreten es ging um sehr für sehr viel Geld und sie hat sich dann mal geäußert letztendlich warum sie sich überhaupt getrennt hat von ihm und das haben wir auch im Buch auf Deutsch übersetzt und das möchte ich ganz kurz zitieren weil es da wichtig ist dass man es wirklich genau zitiert und zwar hat sie folgendes gesagt etwas ganz schreckliches geschah ich fand heraus dass jemand den ich lange liebte mich betrogen hatte und ich meine nicht untreue oder etwas ähnliches jenseits jeder Vorstellung die Leute wollen die Wahrheit nicht wissen denn sie könnten damit gar nicht umgehen sie würde sie umwerfen ich habe eine Schachtel mit Beweisen die eine bestimmte Person erhält sollte mir etwas passieren eine bestimmte Gruppe hat Angst dass die Wahrheit herauskommt könnte man im Sinne unserer heutigen Story deuten was ist denn Olli was ist der zweite Punkt den du noch anführen wolltest ne das war jetzt schon der zweite ich hätte eine Frage an dich Olli könnte man das nicht ganz einfach genetisch klären durch Gentechnologie oder irgendwas würde man noch haben von dem Pormekati vor 1966 könnte man das nicht einfach klar machen es gab es gab auch vaterschaftsklagen es gab ja vaterschaftsklagen das heißt es gibt uneheliche kinder und es gab eine geschichte in deutschland sogar wo dann die tochter unbedingt wollte weil er sich praktisch als nicht als vater weil er es nicht eingestanden hat die hat dann unbedingt wollen dass er einen test macht und der wurde auch gemacht denn es stimmte nicht überein und dann hat ihm die Mutter gesagt das ist definitiv falsch es war Paul McCartney und es ist ein Doppelgänger zu diesem Gentest gegangen so es ist natürlich klar wenn der alte Paul das Kind gezeugt hat und der neue Paul mehr oder weniger einen Test macht dann kann das nicht übereinstimmen ähnlich wie bei einem Fingerabdrücken wenn es stimmt also es gibt da einige drei oder vier uneheliche Kinder oder wahrscheinlich uneheliche Kinder die da entsprechende Rolle spielen es ist und bleibt spannend was was ich aber unbedingt das ist jetzt für mich sehr sehr wichtig weil das ist eine unglaubliche Sache was ich unbedingt ansprechen möchte das ist eben dieser YouTube Kanal wir haben ja zum Anfang des Gesprächs schon mal ganz kurz erwähnt es gibt einen YouTube Kanal der heißt I am a phony also ich bin eine Fälschung I am a phony und das sind glaube ich mittlerweile um die 100 kleine Videos hochgeladen kleine oder zum Teil bis längere Videos hochgeladen und nicht nur unser Auto sondern auch andere Leute gehen davon aus dass das irgendjemand sein muss der das hochlädt der ganz ganz eng an den Beatles dran war oder was auch nicht vielleicht auszuschließen ist ist dass es der jetzige Paul McCartney selbst ist der eventuell was nach draußen bringen möchte oder sich vielleicht outen möchte es sind unglaublich viele Hinweise dann sehr viele Dokumente Dinge die eigentlich sonst keiner haben kann es muss jemand sein der wirklich ganz nah an Paul McCartney und an den Beatles dran war und es ist bei diesen Videos das hat dann unser Autor herausgefunden es gibt einen Code die Videos sind beschriftet und es gibt einen geheimen Code den er zumindest zum Teil lösen hat können zum anderen eben nicht er hofft auch um Mithilfe von den Lesern und Leuten die sich das Ganze mal anschauen weil es geht ja auch um dieses rückwärts sprechen diese Rückwärts Geschichte Reverse Speech und er hat sich dann das angeschaut und hat dann auch die ganzen Videos von hinten eben gelesen und hat dann eben diesen Code gefunden der lautet auf Deutsch übersetzt beziehungsweise auf Englisch Original ist Nummer 2 also number 2 Paul 9-11 dann 2012 5 o'clock in Danger Nurse Killed also Nummer 2 Paul 9.11 2012 oder 20.12 5 Uhr 5 o'clock in Gefahr Nurse Killed also die Schwester wurde entweder getötet oder tötete kann man nicht so genau sagen es wäre sehr sehr wichtig den anderen Teil auch zu entziffern um zu sehen welche Botschaft uns da überbracht wird weil es muss von Leuten kommen die absolut an den Beatles dran waren und die absolut Zugang hatten zu bestimmten Informationen ich weiß nicht ob von euch beiden schon jemand da reingeschaut hat in diese Videos ich habe tatsächlich da mal reingeschaut weil du es ja im Buch erwähnst und ich das ja gelesen habe und als ich es gelesen habe habe ich keinen Internetzugang gehabt zu Hause habe ich dann das Wechsel angeguckt ja es ist auf jeden Fall kurios es ist auf jeden Fall interessant für Leute die jetzt in dieser Story drin sind da geht es dann wirklich unglaublich tief rein aber ey wer das ist das weißt du aus meiner Sicht es könnte auch da ich weiß es nicht aber es könnte auch da sein dass sich sowas dann auch irgendwann verselbstständigt weißt du so und dann Fans sind dann so intensiv und man kreiert halt dann das es ist dann ey das ist eine Story die seit 1969 gibt es die das ist über mehrere Generationen und ich will es gar nicht Verschwörungstheoretiker nennen sondern es ist ey das ist einfach das ist Popkultur und das Ding lebt er dann selbst und man kann das immer größer machen und überhaupt nehme ich auch die ganze Popkultur also nehme ich so wahr wie wie dieses geniale Sgt Pepper Album es ist dieses Bunte es ist schrill es ist wie ein Wimmelbild das ist Popkultur ist ja die Idee davon eine Projektionsfläche auch zu bieten und ey weißt du ich meine viele die so einen strengen christlichen Hintergrund haben gerade in Amerika gibt es da viele die aus dem Hintergrund kommen ey ich meine wenn du wenn du Satanismus suchen willst dann findest du das überall du könntest aber auch nach was anderem suchen würdest was anders finden so es ist einfach eine große Projektionsfläche und irgendwo weil es eben so eine spannende Story ist und weil es die Beatles sind und weil es so eine große Story ist gibt es halt auch viele Leute die beschäftigen sich dann da ewig lang damit und kreieren dann vielleicht auch irgendwann der Mythos weißt du der wechselt dann von alleine dennoch mein abschließendes Urteil ich hab keins also ich weiß es nicht es sind einige sehr sehr interessante Clues das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen für die Leute die sich für das Thema interessieren hier sind wirklich ey du findest auf Deutsch nichts wo das so intensiv ist es sind auch ganz viele Bilder drin Grafiken Anhänge was den du auch zitiert hast also es ist auf jeden Fall ich hab's genossen ich hab's gern gelesen und am Ende steht zu Recht die Frage ein Fragezeichen halt aber ey wir müssen auch nicht alles immer so letzt definitiv beantworten sondern das Thema ist interessant ich würde auch jetzt wo wir unsere Runde schließen noch schnell neben natürlich dem Buch Paul is Dead noch zwei weitere Buchtipps geben also das hier Weird Scenes Inside the Canyon das ist die ganze Laurel Canyon Geschichte Frank hat dazu schon super Sendung gemacht schaut auf seinen Kanal nach David McGowan das ist richtig gut ist halt auf Englisch dieses Buch Dicker Wälzer kann ich auch empfehlen Spiritual Meaning of the Sixties The Magic Myths and Music of the Decades That's Changed the World wir sind auch hier auf dem Cover die Beatles drauf neben Zauberpilzen Links zu den Büchern findet ihr unten in der Videobeschreibung und ja in dem Sinne liebe Freunde ich hoffe mit diesem verrückten Thema etwas konnten wir heute eine unterhaltsame Sendung kreieren ich selber schließe mich auf Frank an ich bleibe was die Beatles angeht Agnostiker ich weiß nicht wie ich mich da positionieren möchte auf jeden Fall es gibt definitiv Merkwürdigkeiten in Bezug auf Paul McCartney und die Beatles und ja die Zukunft wird wird vielleicht ja noch enthüllen was dann wirklich dahinter steckte Oliver vielen Dank dass auch du dir Zeit genommen hast ich bedanke mich für die Einladung bei euch und in dem Sinne würde ich dann jetzt auch sagen liebe Freunde mein nächstes Projekt wird sein rausfinden wer who is Joseph Holder ich muss mal gucken ob ich da irgendwelche Clues finde der will be an answer grüße an der Stelle ciao und bis bald ich bin ich bin ich bin ich bin Vielen Dank.